Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Neben mir sitzt der berühmte, berüchtigte Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner mit Namensgeber, Herausgeber dieses wunderschönen Podcastes. Ich habe das in der Vergangenheit erwähnt. Ich erwähne es nochmal. Seid ihr in Hütchenspiel verwickelt, illegales Glücksspiel, Menschenhandel? Befindet sich auf eurem Dachboden eine Hanfplantage oder in eurem Keller ein Crystal Meth Labor oder beides? Er haut euch raus. Gerne. Ja, genau. Jetzt musst du mich noch vorstellen. Ja, Christopher Lauer, der ähnlich tolle und noch tollere Sachen macht und machen kann. Namenspartner des Podcasts, wie man in der Anwaltsszene sagt. Namens- und Gründungspartner. Seniorpartner. Seniorpartner. Co-Seniorpartner des Podcasts Lauer und Wehner. Ja. Publizist, Politiker und eine Bereicherung für die öffentliche Debatte. Ja. Stets. Stets. Das ist sehr gut. Damit hätten wir schon das erste Kernmerkmal, unseren Unique Selling Point schon mal nach vorne gebracht. Unsere unglaubliche Bescheidenheit. Ja, es ist wahnsinnig viel passiert in der letzten Woche. Die letzte Folge, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch bitte an. Wir hatten ja ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde, mit Özlem Topschu und Huefam über neue Deutsche in Deutschland. Aus dem Grund, dass wir als Kartoffeln gesagt haben, wir müssen eigentlich auch mal, wenn wir die ganze Zeit über Mesut Özil und so Sachen reden, müssen wir eigentlich auch mal Leute einladen, die aus eigener Betroffenheit darüber reden können. Davor die Folge war ja eine, die sich vor allen Dingen mit einer Sache auseinandersetzte, nämlich dem sogenannten Strache-Video Ibiza-Gate. Auch in Österreich ist in den vergangenen zwei Wochen wahnsinnig viel passiert. Und jetzt kommt erschwerend noch hinzu, es ist Europawahl gewesen. Und in der Europawahl, und darüber werden wir heute, glaube ich, reden, mit der Europawahl verwoben, war ja dieses ganze Rezo-Video. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich so ein bisschen, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, disintegrated. Sie hat sich so ein bisschen aufgelöst. Übersetzungsvorschlag, disintegriert. Vielen lieben Dank. Aber bevor wir jetzt diesen Vorgriff inhaltlich in unsere schöne Sendung machen, lieber Ulrich, erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, die das hier möglicherweise zum ersten Mal hören, worum geht es bei Lauer und Wehner? Das kann man am Beispiel der vergangenen Tage, der vergangenen Woche wieder einmal sehr gut erklären. Denn diese Woche ist stellvertretend repräsentativ für viele Wochen des Jahres. Nämlich eine Woche, in der so vieles passiert, was, wenn man es unbearbeitet lässt, dazu führt, dass sich sehr schlechte Gefühle in einem anstauen und man dann am Ende zum Beispiel völlig verquere Meinungen vertritt und als Folge davon völlig absurde Wahlentscheidungen trifft. Wir hingegen möchten, um all diesem Wahnsinn, der sich im Laufe einer Woche ereignet, entgegenzutreten, um das zu verarbeiten, um einen Aggressionsabbau herbeizuführen, aber auch um neue Gedanken, um es zunächst einmal zu erarbeiten und neuen Gedanken Raum zu geben, möchten wir uns darüber faktenbasiert eine Meinung bilden. Wenn es sein muss, sein kann, uns darüber auch faktenbasiert aufregen. In dieser Woche war es ja so, dass es ein Rennen von krassen Themen gab. Ja, und am Ende hat Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Steherqualitäten gezeigt oder ihre Sprintqualitäten. Aus dem Nichts heraus hat sie das entscheidende Tor erzielt, dass sie hier nach dem Thema Europawahl, dem wir uns widmen, auch komisch, dass man immer gerne den Plural verwendet, aber es ist eine Wahl in mehreren Staaten, nach dem Thema Europawahl, das den Boden gelegt hat, für Annegret Kramp-Karrenbauers großartige Aufholjagd, das in diesem Podcast zu schaffen, werden wir uns dem Thema widmen. Ja, nachdem Sexy by Europe war ein relativ früher Podcast, hat auch gewirkt, haben wir geschafft. Hat auch gewirkt. Way more sexy than before. Ja, das machen wir. Genau, wir hatten neulich, neulich hattest du doch auch nochmal irgendwas gesagt, ich glaube bei der Strache-Folge irgendwas mit Genesung, Podcast zur, habe ich wieder vergessen, muss ich nachhören. Das fand ich ganz gut. Ja, ich, in meinem... Diese Selbstbezeichnung. In meinem geistigen Archiv... Ist es auch nicht. In meinem auch nicht. ...he ich das jetzt auch nicht reaktiviert. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Nein, Spaß beiseite. Wir, ja genau, das ist das, was wir in diesem Podcast machen und jetzt fangen wir, bevor wir mit den richtigen Themen anfangen, machen wir noch so ein bisschen kurz ein Kesselbuntes. Nämlich war es mir ein Herzensanliegen, in diesem Podcast zumindest darauf hinzuweisen, Verena Balsen, wir haben sie nicht vergessen, Frau Balsen. Wir werden uns in einer Folge, in der es vielleicht nochmal ein bisschen in der Woche nicht so viel Zeug passiert ist, wenn wir uns nochmal intensiver damit auseinandersetzen, was die gutste Keks-Erbin da alles so von sich gegeben hat in den letzten Wochen. Da war sie auch ein bisschen, da hatte sie auch einfach ein bisschen Glück. Also ich sag mal, Friedrich Merz zum Beispiel, der hatte ja auch Glück. Ich wollte ja über diesen vollkommen grotesken Fokustitel reden. Friedrich Merz, Agenda 2030. Wer das noch nicht gesehen hat, googelt es. Es gibt es wirklich, ich denke mir das nicht aus. Aber der hatte Glück, weil Strache kam und Verena Balsen hatte Glück, auch weil Strache kam und so. Nur ganz kurz, Verena Balsen antwortete ja auf Kevin Kühnert, sie sei Kapitalistin und fände das geil und sie würde mal ein Viertel von Balsen erben und findet das auch irgendwie total geil. Sie verfolgt dabei auch Ziele. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Und sowas. Und sowas ist, finde ich, das weckt Vertrauen in die Firmenlenkerinnen und Lenker von morgen. Ihr merkt, wir sind hier nicht nur in dem Sammeln von Fakten, sondern ich bin hier auch schon in einer Bewertung, weil es mir tatsächlich schwerfällt, bei diesem ganzen Verena Balsen Thema ruhig zu bleiben. Ich habe da ja auch so eine Petition auf change.org gestartet, mittlerweile von 2500 Leuten unterschrieben. Freiwilliges soziales Jahr für Verena Balsen. Weil was mich tatsächlich sehr auf die Palme gebracht hat, auch vor dem Hintergrund, dass ich neben meinen 20 anderen Tätigkeiten, die ich so mache, ja auch noch Historiker bin, dass sich Verena Balsen in einem Bildinterview dazu verstieg, zu behaupten, den Zwangsarbeitern, wobei ich, ich sage die sogenannten Zwangsarbeiter, weil ich das Wort vollkommen deplatziert finde, ich habe das im Vorgespräch zu Ulrich schon gesagt, im Römischen Reich hießen diese Menschen noch Sklaven. Ja, also man kann ja nicht davon reden, dass man in irgendeiner Form tatsächlich ein Arbeiter ist, wenn man, also oder finde ich zumindest, wenn man, ja eben mit Gewalt dazu gezwungen wird zu arbeiten. Und die ultimative Konsequenz im Dritten Reich für einen sogenannten Zwangsarbeiter, der nicht arbeiten wollte, war der Tod. Gut, so und dann irgendwie zu sagen, ja den Zwangsarbeitern bei Balsen, denen ging es ja gar nicht so schlecht, die wurden ja auch gut bezahlt und so. Es hätte eigentlich noch gefehlt, dass sie die Zwangsarbeiter Gastarbeiter nennt. Ja, genau. Oder dass sie gesagt hat, dass einige, dass einige dann auch geblieben wären, weil sie es so schön gefunden hätten und so, ja. Ja, und der einmillionste Zwangsarbeiter ein Mofa bekam. Er bekam aus Balsen-Keksen gebastelt. Nein, also, wo, ne? Und die Message war ja jetzt vor allem, Verena, Frau Balsen, Junior, das ist nicht vergessen. Worauf ich einfach hinaus will, liebe Verena, also erstens, es war falsch, was sie gesagt hat. Diesen Arbeitssklaven bei Balsen ging es schlecht. Da ist ja der Arne Semsrott extra ins Bundesarchiv nach Lichtenberg gefahren und hat sich die ganzen Dokumente angeguckt. Für Balsen ist es, glaube ich, super gut. Es ist ein totaler Marketing-Gau. Sie sind jetzt seit Wochen mit diesem ganzen Nazi-Thema in den Medien. Und ich glaube, in einer Zeit, wo, weiß ich nicht, sehr viele Leute auch sowas wie AfD und Linkspartei wählen, was sie ja auch aus Protest tun, ich glaube, mit diesem ganzen Act, 25 Jahre, ich erbe ein Viertel von Balsen, ich will mir eine Jacht kaufen, da sammelt man beim Volk jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viele Sympathiepunkte. Der Ablauf war ja auch der, dass sie zunächst auf Kevin Kühnert reagierte mit dem Hinweis, dass sie gerne Kapitalistin sei, um sich Segeljachten kaufen zu können mit ihrer Dividende und so. Das war jetzt das Zitat. Man muss dazu auch sagen. Und dann wurde das kritisch hinterfragt, ob es eine sinnvolle Äußerung einer 26-jährigen Erbin ist, diese zu tätigen oder ob sie vielleicht noch etwas mehr Bewusstsein für die Dinge der Welt entwickeln könnte. Und dann hat jemand ja darauf hingewiesen, dass ihr Vermögen, das Vermögen von Frau Verena Balsen, das sie so gut findet, aus dunkler Quelle kam. Das wäre tatsächlich, wenn man das in die heutige Zeit übertrüge, wäre das Vermögen, wäre das ja Geldwäsche, wenn sie das in ein legales Vermögen verwandelt, weil es aus dunkelster, trübster Quelle kommt, aus Vortaten, geldwäschefähigen Vortaten stammt. Das heißt, letztlich hat sie Glück, dass es verjährt ist, den Tatbestand der Geldwäsche damals auch wohl nicht gegeben hat. Und dann redet sie sich raus, dass man sagt, aus dem Vorwurf, ihr Vermögen, auf das sie so stolz ist, dass ihr so komfortabel, so wohlig sie umwabert, auf den Vorwurf dieses Vermögen stamme aus dunkler Quelle, sagt sie, nö, war alles gut bei uns. Okay, das ist natürlich so quasi zwei Eigentore hintereinander. Das ist Pech beim Denken, aber als Lebensprinzip. Es kann ja mal jedem passieren, aber warum eigentlich immer nur dir? Das ist, mich regt das auf, auf ganz vielen Ebenen, insbesondere weil auch Geld aus Dividende in meinen Augen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit Kapitalismus zu tun hat. Weil, also, sie hat ja das Vermögen, was diese Dividende erzeugt, hat sie ja auch nicht selbst erarbeitet. Also, sie kriegt alles irgendwie geschenkt und sagt dann, das ist Kapitalismus und ich finde es geil, wenn sie Segeljachten zu tun. Ja, deshalb sagt sie zur Vervollständigung ja von meiner Dividende und sowas. Und sowas, halt so Zwangsarbeit. Und sowas. Und sowas. Wahrscheinlich denkt die auch, Teil ihres Geldes kommt einfach von sowas. Also, warum Atomkraft, bei uns kommt der Strom ja aus der Steckdose. Und sowas. Die, man muss dazu auch tatsächlich sagen, da sind wir jetzt wieder beim Thema Psychologie und Küchenpsychologie. Ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, dass wenn du über ein obszön großes Vermögen verfügst, dass du jetzt zum Beispiel nicht damit verdient hast, dass du den Fidget Spinner erfunden hast und dann irgendwie eine Milliarden Fidget Spinner irgendwie verkauft. Das sind diese, das sind, muss ich dir erklären, was ein Fidget Spinner ist? Unsere Hörer, vielleicht unsere Hörer kurz, was ein Fidget Spinner ist. Das sind diese Dinger, die jetzt mal letzten Sommer so total in waren oder den Sommer davor, so Scheiben, wo du eine, also ein Teil der Scheibe zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt hast und dann hast du einen Teil dieser Scheibe halt so gedreht. Und das war halt für zwei Monate der totale Schrei in Deutschland und glaube ich auf der Welt. So, ich will damit sagen, wenn du also aus so vorkommenden Zufallsgründen zu einer wahnsinnig großen Menge Geld kommst und diese Gründe jetzt nicht sind, dass du in der Lotterie gewonnen hast, ja, weil da ist ja klar, dass es Glück ist. Dann musst du dir irgendeine, angesichts der Ungerechtigkeit in der Welt und angesichts der Ungerechtigkeit auch im Kapitalismus, musst du dir irgendeine Begründung zusammenbauen, warum das jetzt gerechtfertigt ist, dass gerade du so arschviel Kohle hast und alle anderen halt nicht. Und ich glaube, da ist dann der Mechanismus, der stattfindet und der dann natürlich sehr verführerisch ist, dass man natürlich sagt, ja, natürlich bin ich irgendwie besser als die anderen, natürlich bin ich irgendwie toller als die anderen, natürlich ist meine Familie, wir sind auch schon so Keks-Dynastie, natürlich sind wir alle irgendwie besser als die Leute da irgendwie unten. Und das halte ich für gefährlich und das tritt in meinen Augen bei diesen Äußerungen von Verena Balsen, über die wir uns doch jetzt länger unterhalten haben, als ich gedacht habe, dass wir es tun, aber auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor, wir kennen uns beide ja auch. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich ein sehr unschöner Vorgang, wo sich der Kapitalismus hier wieder von der allerhässlichsten Seite zeigt. Aber gut, so ist das im Leben, wenn man Verena Balsen ist. Ja, sie hat auch offenbar in der Schule ihren Balsack nicht gelesen, der ja sagt, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen. Ja. Ich weiß nicht, ob das empirisch schon belegt worden ist, aber im Fall Balsen ist es dann aufgrund ihrer lobenswerten Aussagen ist es belegt worden, dass hinter dem großen Vermögen, von dem sie sich Segeljachten kaufen möchte, ein Verbrechen steht. Tja, gar nicht mal so gut, aber Verena Balsen, du hast wie gesagt Glück oder sie haben Glück, Frau Balsen, warum duz ich die? Sie, Frau Balsen, haben Glück, dass da so viel passiert ist in der letzten Woche, dass auch dieses ganze Balsenthema vollkommen untergegangen ist. Und ja, das wäre das eine vermischte Thema Nummer eins. Das vermischte Thema Nummer zwei, über das ich gerne reden würde, ist ein Video, das jetzt gerade auf Twitter aufgepoppt ist. Und das stammt, das scheint aus einer Dokumentation zu stammen, über Philipp Amthor im Bundestagswahlkampf. Getwittert hat das der Thorsten Beek, der Leiter von Social Media beim Spiegel und der Thorsten Beek twitterte, so genug über Amthor gelacht, jetzt reden wir mal über Rassismus. Und das ist ja jetzt ein neues Feature in unserem schönen Podcast. Ich werde mal den Ton dieses Videos einspielen. Und bei so viel Schwarz-Rot-Gold scheinen Amthors-Nationalgefühle etwas überzukochen. Es folgt ein ziemlich derber Spruch gegen Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Hier ist keiner von uns Moslem, der das jetzt nicht singen kann. Da ist ja auch kein Öl auf. Okay, das sollte jetzt wahrscheinlich ein Witz sein. Für mich klingt das einfach nur rassistisch. Ja, nochmal vielleicht zur Einordnung dieses Videos. Ihr könnt es euch natürlich sofort angucken, wenn ihr es euch irgendwo im Internet besorgt. Wir haben jetzt nur den Ton gehört zur Einordnung. Amthor steht dort, singt die Nationalhymne, macht dann in so einer kleinen Gruppe diesen, ich nenne das nicht Witz, diesen Spruch. Hier ist ja niemand Moslem, der die Nationalhymne nicht mitsingen kann. Und dann sagt noch jemand anders, keine Ölaugen. Worauf es also auch so eine abfällige Bemerkung ist anscheinend über Leute aus dem, weiß ich nicht, Türkei, Arabischen Kulturkreis. Und Boris Amthor, ich sag immer Boris, Philipp Amthor, Philipp Amthor lacht dann also auch nochmal und klopft dem Mann so auf die Schulter, so nach dem Motto, cooler Spruch. Warum bringe ich das? Weil es mich tatsächlich so ein bisschen von den Socken haut, dieser offene Rassismus, der hier von Philipp Amthor zur Schau gestellt wird. Ja, weiß ich gar nicht, ob man da noch mehr zu sagen muss. Was fällt dir dazu ein, Ulrich? Da wird uns vieles ja wieder begegnen im Laufe dieses Podcasts bei Frau Kramp-Karrenbauer. Ich habe ein bisschen den Eindruck und das Empfinden, dass das ein und demselben Formenkreis entstammt. Das ist derselbe Habitus, das ist dieselbe, ja Habitus trifft es wahrscheinlich schon ganz gut, wie ich es zu meinen eigenen Worten sagen kann. Weil diese Grundaufstellung, diese Grundkonstitution in Denken und Fühlen sowohl von Philipp Amthor als auch von Frau Kramp-Karrenbauer, die sehr begrenzt ist und die auch humoristisch sehr, sehr begrenzt ist, die nämlich gerade die Humorstufe Nummer 1, Abwertung anderer, erreicht. Das ist also sozusagen die ganz, ganz kleine Münze des sogenannten Humors. Da ist auch nichts mit Ambivalenz und Ambiguitätstoleranz. Da ist kein lustiger Widerspruch, den man aushalten möchte. Das ist schon gar nicht selbstironisch. Das ist einfach aus einem ganz provinziellen, begrenzten Denken heraus. Das ist so dieselbe Nummer auch wie in Berlin trinken es alle Latte Macchiato und machen in der Pommesbude jetzt ein drittes Klo rein. Das ist so diese selbe beschränkte Sicht oder diese spezielle Sicht auf die Welt, die sich also gar nicht geöffnet hat, irgendwelchen Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass 20 Prozent hier einen Migrationshintergrund haben. Und wir sehen dieses Phänomen dann, das ist ja nicht nur ein schlechter Witz, das ist auch wieder so ein Herabwürdigungswitz. Was ich an diesem Spruch so schlimm finde, ist halt tatsächlich, wie du das formulierst, diese Herabwürdigung und vor allen Dingen diese Gleichsetzung. Jemand, der muslimischen Glaubens ist, ist nicht in der Lage, die deutsche Nationalhymne zu singen. Wenn er jetzt da einfach nur gesagt hätte, hier im Gegensatz zum Özil können wir die Nationalhymne singen oder so, wäre das noch immer ein scheiß Spruch gewesen, aber ich hätte ihn jetzt nicht ganz so krass scheiße gefunden. Also ich hätte ihn auch immer sehr scheiße gefunden, aber ich finde, ich muss da jetzt aufpassen, wie ich das formuliere. Ich will ja jetzt keine Sympathien für Philipp Amthor äußern oder irgendwie Verständnis für diesen Spruch zeigen. Ich will nur sagen, es ist noch mal eine andere Nummer aufgrund irgendeiner komischen öffentlichen Debatte, die gerade stattfindet, dass Hohn und Spott über die Person auszukippen berechtigt oder unberechtigt, die da irgendwie jetzt gerade im Zentrum dieser öffentlichen Debatte spricht. Wir sind ja jetzt auch gerade nicht besonders höflich mit Frau Balsen umgegangen. Aber der wirklich, wie ich finde, qualitative Unterschied ist dieses, ich schere direkt eine ganze Gruppe von Menschen, die ich behaupte, dass es sie gibt, weil wir haben ja auch letzte Folge gehört, es gibt ja jetzt auch nicht den Moslem in Deutschland oder so. Schere, die alle übereinkommen und stelle eine Behauptung auf, von der ich beim sofort drüber nachdenken, sofort weiß, dass es ja nicht stimmt, weil es natürlich genug auch konservative Muslime in Deutschland gibt, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben und wahrscheinlich super gerne auch die deutsche Nationalhymne singen, wenn sie zum Beispiel Mitglied der CDU sind. Man tut dieser Äußerung möglicherweise, aber ich tue es jetzt zu viel Ehre an, wenn man sie inhaltlich noch analysiert. Ich tue es trotzdem. Ja. Das, was du sagst, aufgreifend, dass die Aussage nicht nur böse ist, abwertend, sondern dann auch noch so einen zusätzlichen, über die bloße Abwertung hinaus noch so einen zusätzlichen falschen Drift nimmt, Dreh bekommt, dass noch zwei Dinge falsch miteinander in Verbindung gesetzt werden. Denn das Einzige, oder das, was man inhaltlich möglicherweise miteinander in Verbindung setzen könnte, wäre der Umstand, dass jemand, der nicht schon immer hier lebt, in bestimmten Kulturfragen nicht so bewandert ist wie Philipp Amthor. Das heißt also, jemand, der erst mit 20 nach Deutschland kommt oder gar mit 30, dass der nicht so wie wir in der Grundschule oder in der später besuchten weiterführenden Schule die Nationalhymne gelernt hat. Das wäre ein Zusammenhang, den es möglicherweise gibt, aber der Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und Kenntnis der Nationalhymne, der ist nochmal doppelt sachfremd und deshalb doppelt perfide. Ja, es ist, und ich finde, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt natürlich in öffentlichen Debatten, dass da auch auf zum Beispiel die Geschichte Deutschlands rekurriert wird, was ich aber trotzdem sehr gerne tue. Rekurriert ist auch so ein ganz furchtbares Fremdwort, man könnte auch einfach sagen Bezug genommen wird. Aber ein solcher Spruch, mal abgesehen davon, dass er sich ohnehin verbietet, aber er verbietet sich insbesondere gerade in Deutschland, wo wir ja schon mal Erfahrungen damit gemacht haben, was passiert, wenn Menschen einer bestimmten Religionsgemeinschaft so über einen Kamm geschoren werden, wie es hier passiert. Ja, das ist genau der Punkt, den ich versuchte zu machen, dass obendrein noch, also über einen Kamm geschoren, aber dann noch diese sachfremde, die gänzlich sachlich entkoppelte Verbindung. Also nicht ein Minimum an sachlicher Kopplung, wo man sagt, wer später kommt, kann die Nationalhymne nicht so gut. Mesut Özil ist ja hier in Deutschland zur Schule gegangen. Sondern, dass man sagt, wer dunkle Haare hat, kann die Nationalhymne nicht so gut. Ja. Und diese Verbindung ist ganz besonders übel, finde ich. Das ist, und wenn man sich das nochmal überlegt, also er hat ja nicht das mit dunklen Haaren, sondern er hat Konfessionszugehörigkeit. Wenn man das mal transponiert, ein Katholik, der sagt, die Protestanten können die Nationalhymne nicht oder die Moslems können die Nationalhymne nicht oder die Juden können die Nationalhymne nicht. Das ist ganz üble. Also das ist so, das zeugt von so einem üblen Charakter, Herr Amthor. Der Punkt, also mein Punkt ist ja auch einfach, ich meine, ich habe das auch getwittert gerade mit, also eigentlich müsste man, finde ich, für sowas tatsächlich zurücktreten. Ja. Dass man das Bundestagsmandat niederlegen. Das Bundestagsmandat niederlegen, weil man, weil du, und das steht ja sowohl in den Landesverfassungen drin, als auch in der Bundesverfassung, im Grundgesetz, du vertrittst alle Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Du vertrittst nicht nur die Christen oder nur die CDU-Wähler oder nur die SPD-Wähler, sondern du verlierst, du vertrittst alle. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie du glaubwürdig, ich meine, gut, das erwartet natürlich, also in der echten Welt erwartet das natürlich niemand von Philipp Amthor, dass er jetzt tatsächlich mit Inbrunst die Anliegen, weiß ich nicht, der Muslime in Deutschland vertritt. Das braucht er auch nicht zu tun. Aber das Mindeste, was dann schon mal dazugehört, ist, dass du den Respekt, den auch die Verfassung, den das Grundgesetz diesen Menschen garantiert, dass man denen diesen Respekt auch entgegenbringt. Ich meine, das sind dieselben Leute, die dann sagen, ja, es gibt Rassismus gegen Weiße oder Rassismus-Ausgrenzung gegen Christen oder sonst irgendwas. Und dann halt bei so einer Wahlkampfveranstaltung irgendwie en passant sagen, hier sind ja keine Moslems, da können ja alle die Nationalhymne singen und so. Philipp Amthor hat auch so am Rande von einer Wahlkampfveranstaltung, kriegt leider nicht ganz auf die Reihe jetzt, sich auch mal, da hat der, das war in einem Spiegelartikel von vor etwa sechs Wochen. Als sein Porträt über ihn drin war. In diesem Spiegelporträt wurde auch so geschildert, wie der so ein Altherrenwitz. Ja, und dabei scheitert. Das sind ja knackige, so richtig so, wie man ihn mit 65 oder 75 vielleicht macht. Ja, Philipp Amthor, Mandat niederlegen, dann könnte man in einem Aufwasch eigentlich auch gleich dafür sorgen, dass am Reichstagsgebäude nicht mehr dem deutschen Volke steht. Das muss doch korrigiert werden. Da muss man doch mindestens ein Asterisk setzen, in dem steht, also alte Bezeichnungen für alle, die hier leben oder fehlerhafte alte Bezeichnungen für alle, die hier leben, sind alle gemeint. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr unschöne Sache. Wir leben natürlich in Zeiten, in denen jemand wie Philipp Amthor aufgrund einer solchen Äußerung nicht mehr zurücktreten muss. Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Tagen, werden ihm ganz viele Leute beispringen, die sagen... Man höre schon die, man wird doch mal. Man wird doch mal und... Jetzt darf man noch nicht mal einen Witz machen. Der Philipp hat das nicht so gemeint. Ja, der Philipp hat das nicht so gemeint. Ja, alles unschön. Wir kommen quasi zum ersten richtig großen Thema. Aber bevor wir zu dem ersten richtig großen Thema kommen, kommt noch hier der Werbeblog an dieser Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr wisst, und wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch nicht gefällt, wenn ihr ihn regelmäßig... Ja, es kann ja auch sein, dass euch der Podcast nicht gefällt und ihr ihn einfach regelmäßig trotzdem hört. Ich hatte ja beim letzten, in der vorletzten Folge nochmal erklärt, dass ich ja ungefähr sehen kann, wie viele Leute diesen Podcast hören. Und das sind so pro Folge irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Leuten. Je nachdem, ob ich mir die Serverstatistiken angucke oder die Statistiken von diesem Podlove-Programm, dass da nicht so genau ist, wie ich das gerne hätte. Worauf ich aber hinaus will ist, ich sehe, dass es eine wahnsinnig große Diskrepanz gibt zwischen Hörerinnen und Hörern, die sich diesen Podcast anhören und Hörerinnen und Hörern, die für diesen Podcast zahlen. Wie ihr wisst, würden der Ulrich und ich das hier gerne weiter ausbauen, vielleicht auch ein häufigeres Format machen, das dann ein bisschen kürzer ist. Das hängt aber vor allen Dingen damit zusammen, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns das zeitlich zu leisten. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage wäre, ob man sich dann nicht sogar Unterstützung holt von Leuten, die, weiß ich nicht, in der Lage sind, so Aufnahmegeräte zu bedienen, die in der Lage sind, den Schnitt zu machen und so weiter und so fort. Wenn wir einfach mal bei Rezo fragen, was ist der so für ein Staff da? Ja, der Rezo, über den wir noch reden werden, hat mit Sicherheit ein etwas anderer Staff als Ulrich und ich, die wir hier gerade auf einer Couch in meinem Wohnzimmer sitzen und das hier aufnehmen. Worauf ich einfach hinaus will, ist, wenn ihr das hier regelmäßig hört und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann überweist doch einfach Geld. Wir sind extra nicht bei irgendwie sowas wie Steady oder irgendwelche anderen komischen Sachen, wo dann noch irgendwie literweise Gebühren ablaufen und bei uns nur, weiß ich nicht, 75% des Geldes ankommt oder so. Nein, wir haben einfach eine Kontonummer. Die Kontonummer findet ihr auf der Webseite. Da würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr einfach einen Dauerauftrag einrichtet. Müsst ihr euch einfach mal überlegen, wenn nur 5000 Hörerinnen und Hörer vier Euro im Monat jeweils überweisen, dann ist das eine Stange Geld. Und dann können wir hier mit diesem Podcast deutlich mehr machen, als wir es jetzt schon tun. Vielleicht machen wir dann sogar was mit Video. Ja, Leute wollen ja auch immer Video. Und ja, wir würden es einfach sukzessive auf, weiter ausbauen. So wie es im Moment irgendwie funktioniert, läuft, funktioniert es halt nicht. Da kriegt ihr das, was ihr im Moment halt kriegt, diesen Podcast in dieser Form, der natürlich auch super gut ist. Wir werden auch immer besser. Wir werden auch immer besser. Aber die Kurve würde natürlich noch steiler nach oben gehen. Kurve würde noch steiler nach oben gehen. Wenn wir über gehörige Betriebsmittel verfügten. Was wir nicht tun. Euretwegen. Entschuldigung. Publikumsbeschimpfung. Publikumsbeschimpfung. So, ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei den Leuten, die uns unterstützen, wirklich ganz herzlich bedanken. Das ist nämlich super, weil die nächste Investition, die jetzt kommt, ist, Ulrich und ich haben es im Vorgespräch gesagt, wir wollen uns jetzt mal tatsächlich so diese, ich finde die ja eigentlich schlimm, aber wir holen sie uns jetzt einfach mal diese Kopfhörer mit Bügel davor, also so ein Headset holen. Ja, einfach um auch zu hören, ob wir immer schön laut genug sprechen oder so. Nee, ich möchte mich tatsächlich sehr herzlich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, die hier regelmäßig Geld rüberschieben. Es gibt da auch mittlerweile Daueraufträge, wo ich sage, oh, vielen lieben Dank dafür. Also, ich finde natürlich jeden Dauerauftrag toll, aber zur Wahrheit gehört auch, einige Daueraufträge finde ich toller als andere. Aber jeder so, wie er kann und wie er will. Und wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, weil ihr sagt, nee, das ist mir zu kompliziert, zum Beispiel, dann gibt es auch PayPal. Ja, PayPal ist ziemlich easy peasy. Die PayPal-Adresse ist auch in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast drinne. Und das wäre es eigentlich, was den Werbeblog angeht, außer, dass ich natürlich noch darauf hinweise, wir haben einen YouTube-Kanal und wir haben, und gibt es auch auf Spotify, wenn Leute jetzt irgendwie Spotify besonders toll finden, wobei ich sagen muss, das Schwierige bei Spotify ist, Spotify lädt den Podcast auf seine eigene Infrastruktur und wenn wir aus irgendeinem Grund mal nicht mehr auf Spotify verfügbar sein sollten, gehen uns die ganzen Hörerinnen und Hörer, die uns über Spotify hören, flöten. Und es gibt es, wie gesagt, auf YouTube und man kann uns über iTunes hören. Ich sehe ja in den Server-Statistiken, dass über 50 Prozent der Leute, die uns hören, von iOS-Devices haben und Macs. Und das bringt mich zu meinem nächsten Thema, das ihr schon kennt. Aktuell haben wir bei unserem Podcast auf iTunes, ihr kriegt jetzt eine sehr genaue Zahl, weil ich es nicht vorbereitet habe, 293 Bewertungen. Das ist nicht die Zahl der Leute mit einem iOS-Device, die uns hören. Und wenn ich von einer Bewertung rede, dann spreche ich nicht von einer Rezension. Mir geht es nicht darum, dass ihr einen Text schreibt, wie toll ihr diesen Podcast findet. Das könnt ihr natürlich machen. Worum es mir geht, ist, dass ihr euch fünf Sekunden Zeit nehmt, in eure iOS-Podcast-App geht, die da bei Apple mitgeliefert wird oder in iTunes auf dem Mac reingeht und einfach diese Sternchen da macht. Das ist wirklich nicht so schwierig. Fünf. Ja, fünf müssen sie nicht machen. Es gibt ja auch Leute, die uns irgendwie so fiese Rezensionen reindrücken. Das sind dann immer Leute, die auffälligerweise noch nie irgendwo anders eine Rezension geschrieben haben. Da muss ich aber sagen, die bewundere ich auch. Also Leute, die sich die Mühe machen, sich extra einen iTunes-Account anzulegen, nur um uns eine schlechte Bewertung zu schreiben. Wir sind pluralistisch. Wir halten Meinungsmacher aus. Ja, wir sind pluralistisch. Also, ne? Also, ne? Also, ne? Die heilige Dreifaltigkeit, Geld, Bewertungen und das dritte habe ich jetzt vergessen. Und nochmal vielen lieben Dank an die Hörerinnen und Hörer, die uns unterstützen. Ihr tragt diesen Podcast, das ist ganz toll. Wenn ihr möchtet, dass ihr in irgendeiner Form erwähnt werdet, dann schreibt mir bitte einfach noch eine Mail dazu oder so. Ich nenne gerne die Namen der Leute, die das Geld überwiesen haben. Das tut uns überhaupt nichts. Man kann auch anonym spenden. Wir haben keinen Geldwäschebeauftragten. Vielleicht gibt es ja Leute, für die das auch eine interessante Information ist. Ja. Ne, anonym spenden kann man tatsächlich nicht. Oder wie geht anonym spenden? Ja, unter einem Alias-Personalien. Ach so, du meinst du? Ja, Best Western. Wenn man so einen Obdachlosen an... Ja, Best Western ist auch nicht komplett anonym. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da kann man... Nicht Best Western. Best Western sind die Hotels. Western Union meinen wir beide. Ja. Da kann man mit Stellvertretern arbeiten. Wer sich da interessiert... Kann sich bei Ulrich melden. Also, liebe Leute, Werbeblock zu Ende. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Europawahl. Ja, der erste Podcast, nachdem die Europawahl vollständig abgeschlossen ist. Ja, vielen lieben Dank. In allen 27 Mitgliedstaaten. Ulrich, willst du noch mal sagen, dass die Europawahl über mehrere Tage stattfindet? Das war in der Vergangenheit bei dir immer ein großes Bedürfnis. Ich fühle mich in meinem Geltungsanspruch hier nicht ernst genommen. Also, die Europawahl, die über verschiedene Tage stattfindet, über mehrere Tage stattfindet, hat ein Ende gefunden. Und es gab in Deutschland einen kleinen Paukenschlag. Ich habe gedacht, jetzt sagst du was. Ich kann gerne weitermachen. Es gab in Deutschland einen kleinen Paukenschlag. Nämlich, SPD mit dem schlechtesten Ergebnis seit in einer bundesweiten Wahl seit 1945 oder überhaupt. Ich bin mir gar nicht sicher. Die gibt es ja schon vorher. Das Gebiet war ja ein anderes. Oh, ja. Erst über Verena Ball sind Schimpfung und ihre Geschichtsvergessenheit. Wobei, gut, der Prozentanteil ändert sich halt nicht. Jetzt versuche ich mich hier rauszureden, aber the damage is done, wie der Amerikaner sagt. Ich finde die Vergleichbarkeit, bundesrepublikanische Geschichte, das ist schon ausreichend. Genau. Also, schlechtestes Ergebnis seit 1945 mit 15,8 Prozent. Das ist ein Minus von 11,5 Prozent. Größter Verlust auch von allen Parteien. Den zweitgrößten Verlust hat die CDU gemacht mit 7,4 Prozent. Sie ist nur noch bei 22,6 Prozent. Die CSU hat ein Prozent dazugewinnen können mit 6,3 Prozent. Die Grünen, eindeutige Gewinner dieser Wahl, mit 20,5 Prozent, haben also 9,8 Prozent dazugewonnen. Punkte, ne? Punkte, ja, ja. Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Ich mache das immer falsch. Das machen auch alle Leute bei allen, ja gut, dieser Jörg Schönbohm, der macht es nicht falsch, weil er dann wahrscheinlich direkt wieder böse Kommentare auf Twitter kriegt. Die Linke hat 5,5 Prozent, minus 1,9 Prozent. Die AfD 11 Prozent, 3,9 Prozent Prozentpunkte Zuwachs. FDP wieder über 5 Prozent mit 5,4. Und die sonstigen Parteien haben 12,9 Prozent, also ein Plus von 4,1. Was ich persönlich besonders schön fand, war die NPD hat durch die Wählerwanderung der NPD zur AfD minus 0,7 Prozent. Das heißt, unser Mann in Hollywood, Udo Vogt, ist leider nicht mehr Mitglied des Europäischen Parlaments. Ja, da fällt einem ein kleines Steinchen jedenfalls vom Herzen, was ich völlig ironiefrei meine. Ja, es sind so kleine Sachen, über die man sich an der Stelle freut. Ich meine, klar, es sind jetzt natürlich irgendwie mehr Menschen von der AfD im Europaparlament, was ich gar nicht gut finde. Aber zu wissen, dass so jemand wie der Udo Vogt nicht mehr im Europaparlament ist, das finde ich schon gut. Ja, eindeutiger Gewinner unter den kleinen Parteien ist ja die Partei die Partei, die 1,8 Prozent hinzugewinnen konnte. In Berlin war sie fast an den 5 Prozent. Ich habe mir jetzt, ich habe das vorläufige amtliche Endergebnis in Berlin noch nicht mehr angeguckt, aber ich könnte es jetzt natürlich mal kurz machen. Ja, dann würde ich noch einen weiteren Gewinner ergänzen. Es ist so ein bisschen floskelhaft, wird das auch in verschiedenen Medien immer wieder gesagt und geschrieben, Gewinner die Wahlbeteiligung. Was ja semantisch falsch ist, aber ohne voll schon in die Bewertung einzusteigen, eine sehr hohe Wahlbeteiligung, jedenfalls für Europawahlen. Denn die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik Deutschland lag in diesem Jahr bei 61,4 Prozent, was für Europawahlen sehr hoch ist. Sie war auch schon, es gab Zeiten, 2014, da lag sie, wenn ich mich recht erinnere, unter 50 Prozent. Ja, ich meine, es wäre irgendwas mit 40, irgendwas gewesen, ja. Was sich in der Tat mit unter 50 Prozent ausgedrückt findet. Und die Wahlbeteiligung, ja, hoch, Europa und die dort angesprochenen Themen jedenfalls geeignet, 61,4 Prozent der Wähler an die Wahlurnen zu bringen. Ja, es war voll, es bildeten sich kleine Schlänglein vor Wahllokalen. Echt? Vor dem, in dem ich gewählt habe. Ja, wobei man da in Berlin natürlich immer nicht so weiß, liegt es jetzt daran, dass viele Leute wählen oder dass es wieder irgendeinen Fuck-up gab. Wobei das dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz so schlimm war. Ich kann mich noch daran erinnern, zur Abgeordnetenhauswahl 2016 war ja tatsächlich die Frage zeitweilig, ob es überhaupt eine Wahl geben kann. Weil die das irgendwie mit den neuen Wahlsoftware und so nicht hingekriegt haben und so. Ja. Zur Analyse, also noch nicht zur Analyse, von dem, was du gesagt hast, würde ich noch ein Stichwort ergänzen. Also Paukenschlag hattest du vorhin gesagt. Ich hatte dann, war stumm geblieben, weil ich nicht genau wusste, welchen Paukenschlag du meintest. Ob es das historisch niedrige Ergebnis der sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist, das historisch niedrige Ergebnis der christlich-demokratischen und der christlich-sozialen Union. Oder ein weiteres Stichwort, das aber dasselbe Phänomen beschreibt, zweitstärkste Partei, die Grünen. Das heißt also drittstärkste Partei, die SPD. Man muss dann auch, wenn man korrekt vorgeht, langsam, aber sicher sich darauf vorbereiten, sein Vokabular, die Vokabel große Koalition zu überarbeiten. Ja, und auch vor allen Dingen die Vokabel Volkspartei. Also Koalition und die Vokabel Volkspartei. Ich bringe das ja in dem Zusammenhang immer nochmal ganz gerne, auch wenn die Piratenpartei nie in der Lage war, bei einer bundesweiten Wahl ihre Umfrageergebnisse auch tatsächlich zu verwandeln. Wobei es jetzt nicht so war, also zu verwandeln, die Piratenpartei stand 2012 zur Spitze des Hypes bei 13 Prozent in den Umfragen. Und ich glaube, wenn damals gewählt worden wäre in dieser Zeit bundesweit, dann wären die auch mit 13 Prozent in den Bundestag oder mit 13 Prozent ins Europaparlament eingezogen. Die SPD steht momentan bei 15,8 und da sind also summa summarum 2,8 Prozentpunkte Unterschied dazwischen. Das ist schon sehr dramatisch, wenn man sich überlegt, dass die SPD bei der Bundestagswahl 1998, ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her, aber vor 20 Jahren stand, ist es der SPD gelungen, bundesweit 40 Prozent bei einer Wahl zu holen, bei der Wahl zum Deutschen Bundestag. Und da hast du vollkommen recht, man muss nicht nur das Vokabular bezüglich großer Koalition mal überdenken, sondern man muss auch tatsächlich das Vokabular Volkspartei überdenken, insbesondere wenn man sich anguckt und da gehen wir dann weiter in die Analyse, das sind hier die Befragungen von Infratest DIMAP, glaube ich, für die ARD, wenn man sich anguckt, was die Leute motiviert hat, denn so zu wählen, wie sie wählen. Bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal kurz auf Berlin zurückkommen, weil hier ist es für alle Parteien im Grunde genommen noch dramatischer als im Bund, oder sagen wir mal so, das, was da im Bund passiert, ist in Berlin einfach nochmal verschärft. Wir haben die Grünen, die 28,1 Prozent bekommen haben, die SPD steht am Ende, ach nee, das ist hier der, Entschuldigung, ich habe hier gerade den Vergleich Urnen- und Briefwahl vorgelesen. Die SPD ist bei 14 Prozent, ich habe mal für den Wahlkreis geguckt, in der Abteilung hier bei mir im Wahlkreis ist die SPD teilweise in einigen Wahllokalen bei 7 Prozent angelangt. Die Grünen sind bei 27,8 Prozent, stärkste Kraft mit Abstand, CDU 15,2, Linke 11,9, AfD 9,9, FDP 4,7. Wenn jetzt also Abgeordnetenhauswahl wäre, kämen sie nicht mehr rein und, was ich sehr beeindruckend finde. Das könnte man eigentlich Neuwahlen sofort ansetzen. Das ist eine ganz tolle Begründung auch. Sehr demokratisch. Sehr demokratisch. Auch sehr beeindruckend, die Partei, die Partei, 4,8 Prozent. Und da muss man sagen, die Piratenpartei war 2009 bei der Europawahl in Berlin bei 3 Prozent. Und uns ist es dann gelungen, 2011 bei der Abgeordnetenhauswahl 8,9 Prozent zu holen. Wenn sich die Partei, die Partei jetzt nicht wie die allerletzten Volldeppen anstellen, könnte es sogar sein, dass sie bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl einziehen. Ja, Hochburg der Grünen wieder Friedrichshain-Kreuzberg natürlich, wo sie so CSU-mäßige Wahlergebnisse mit über 40 Prozent einziehen. Wie die SPD in Bremen zuvor. Wie die SPD in Bremen zuvor. Ja, ich glaube, über die Bremenwahl, das haben wir jetzt nicht nochmal drüber zu reden. Bremen ist nicht größer als Luxemburg. Nicht bedeutend. Nein, wir... Was haue ich denn hier für Sachen raus? Ich wollte gerade sagen, was sagst du hier für Dinge? Wir finden Bremen natürlich ganz großartig. Und wir gehen natürlich auch gerne bei Bremen nach Bremen hin. Es war ein Konzentrationsmangel, wie Philipp Amthor. Wahrscheinlich musstest du an das Video von Andrea Nahles denken, wo sie eine Wahlkampfrede in Bremen hielt, kurz vor der Wahl, die glaube ich damit begann, man kann nicht sagen, dass ich gerne in Bremen bin. Und das ist tatsächlich ein Anfang einer Rede, da sollte man es vielleicht auch dann ganz sein lassen. Ja, capio benevolentiae heißt es in der Rhetorik der Römer, glaube ich. Und was heißt das? Das ist, dass man eine Rede damit beginnt, das Wohlwollen des Publikums einzufangen. Ja, und das kriegst du nicht damit, dass du sagst... Wenn man in Bremen sagt, ich finde Bremen blöd, schlecht. Ja, das ist genau wie, ich glaube, Frank Steffel war das damals, der während des Bürgermeisterwahlkampfes in Berlin, er kandidierte für die CDU. Der Kennedy von der Spree, Frank Steffel, der mittlerweile auch seinen Doktortitel verloren hat. Der sagte dann bei irgendeiner Veranstaltung in München, während dieses Wahlkampfs, München, das sei ja die schönste Stadt Deutschlands. Und das ist ein bisschen schwierig. Da hat er es ein bisschen mit der Cartazio benevolentia, hat das ein bisschen übertrieben. Da wollte er sich ein bisschen beliebt machen in München und machte sich sehr unbeliebt in der Hauptstadt, die ihn dann nicht zum Bürgermeister hat. Frau Nahles versuchte das dann ja, ich habe diese Rede so nach, den Konsum der Rede dann abgebrochen. Aber ich bin noch so weit gekommen, dass Frau Nahles merkte, dass sie sich sehr unkonzentriert und stark verhaspelt hatte. Ja. Dass es eine schlechte Idee war, wahrscheinlich schaute sie, das kann man ja über Bremen sagen, das ist jetzt nicht das Brasilien von Deutschland, was das Temperament dort anlangt. Ach so, ja. Und das schaute sie in leere Gesichter, ob ihres Auftakts mit Bremen, finde ich blöd, so sinngemäß. Und hat dann versucht, die Kurve zu bekommen, wie es schon einmal das Politbüro-Mitglied oder wer war es, wird gegebenenfalls als Quiz, wenn du nicht drauf kommst, gestaltet. Jedenfalls hat sie dann versucht, auszurufen, hat sie erfolgreich ausgerufen, ich liebe euch und ich liebe Bremen. Hat sie so, ich liebe den Spitzenkandidaten, dessen Namen ich schon vergessen habe, hat sie noch gesagt, ich liebe dich, nennen wir ihn mal Max Mustermann. Dann hat sie noch gesagt, ich hoffe, deine Frau hat nichts dagegen, ich meine es ja nicht so. Hast du so weit geschaut? Um ganz ehrlich zu sein, ich war nicht in der Lage. War das Mielke, war das Glauben. Mielke, ja, Erich Mielke. Ich liebe euch doch alle. Genau. Ja, und das sagt sie dann auch. Wir empfehlen das trotzdem nicht, weil es... Ja, was heißt, wir empfehlen, man kann, es ist so eine Art Challenge. Es tut schon wirklich viel. Die Ice Bucket Challenge und dann dieses Andrea Nahles Wahlkampf Video Challenge. Es ist sehr brutal. Es geht schon so ein bisschen, ja, das ist schon wirklich... Es ist nicht schön. Schwierig. Es ist schwierig. Es ist so ein bisschen wie Jackass, was es ja nicht mehr gibt, wo die dann so komische Sachen gemacht haben. Ja, wo die sich dann... Nutball gespielt und sowas, also ganz schlimme Sachen. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ja, zurück zur Europawahl. So, Interesse an der Europawahl. 69 Prozent der Befragten sagen stark im Vergleich zu 2014, wo 48 Prozent gesagt haben stark. Also ein Aufwachs von 20 Prozentpunkten. Die wirklich interessanteste oder nicht interessanteste, aber was wirklich sehr interessant ist, 48 Prozent der Befragten haben gesagt, dass Klima- und Umweltschutz für die Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt hat. Das ist ein Zuwachs von 28 Prozentpunkten, huiuiui, soziale Sicherheit 43 Prozent, Friedenssicherung 35 Prozent und Zuwanderung 25 Prozent. Zuwanderung hat mit plus 12 Prozentpunkten den zweitgrößten Zuwachs. Klima- und Umweltschutz, das sieht man, ist dann der Grund auch, warum die Grünen bei allen Wählergruppen bis zu den 60-Jährigen die größte Zustimmung bekommen haben. Ich habe das jetzt ein bisschen umständlich formuliert. In allen Wählergruppen der unter 60-Jährigen waren die Grünen immer jeweils die stärkste Kraft prozentual. Was haben wir noch für interessante persönliche Vor- oder Nachteile durch die EU-Mitgliedschaftsdeutschland? 68 Prozent sagen Vorteile, 11 Prozent sagen hält sich die Waage und 17 Prozent sagen Wahl. Dann bevorzugt der EU-Kommissionspräsident, da sagen 64 Prozent kann ich nicht beurteilen, 15 Prozent Manfred Weber, 14 Prozent Franz Timmermans und 4 Prozent keiner der beiden. Auch sehr interessant, das denke ich wird nochmal eine relevante Frage auch sein, wenn es dann darum geht in die Analyse zu gehen. Wer hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Da sagen 18 Prozent Union, 17 Prozent sagen die Grünen, nur 7 Prozent sagen die SPD und keine Partei sagen 37 Prozent. So, Parteikompetenzen, ja, SPD weit zurückgeschlagen hinter der Union. Was ich besonders krass fand, ist, dass bei sozialer Gerechtigkeit nur 29 Prozent der Befragten sagen, die SPD hätte da die Kompetenz und 21 Prozent, also nur 8 Prozentpunkte weniger, sagen die CDU hätte da die Kompetenz. Das beschreibt auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem der SPD. Ich hatte so eine andere Grafik gefunden, die jetzt leider hier in dieser nicht besonders gut sortierten Webseite der ARD drin ist, wo die Leute gefragt worden sind, was ist das größte Problem der SPD? Und da haben dann irgendwie 59 Prozent der Befragten, glaube ich, gesagt, sie wissen nicht mehr, wofür die SPD steht, ja, und über 50 Prozent haben auch noch geantwortet, die SPD ist halt keine soziale Partei mehr und so, ja. Wer vertritt die Interessen Deutschlands am besten? 17 Prozent sagen die SPD und 47 Prozent sagen die CDU. Und im Vergleich dazu, 1999 haben noch 42 Prozent gesagt SPD und 42 Prozent CDU beziehungsweise Union. Das ist schwierig. Hier haben wir die berühmt-berüchtigte Frage, man weiß nicht, wofür die Partei eigentlich steht, beantworten 62 Prozent mit Ja bei der SPD und 47 Prozent mit Ja bei der CDU. Gut, Ansichten über die Europäische Union. Finde die Aufdeckung Aussagen zur Politik in Österreich, das ist nochmal interessant, finde die Aufdeckung der Machenschaften des FPÖ-Politikers Strache gut. Und 93 Prozent der Befragten lehne derartige Methoden ab Politikern, eine solche Falle zu stellen. 37 Prozent, da wäre auch mal interessant, die Parteizugehörigkeit beziehungsweise die Wahlpräferenz dieser Leute. Ja, das ist auch, sehe ich auch eine gewisse Widersprüchlichkeit. Was denn? Dass 93 Prozent die Aufdeckung gut finden und 37 Prozent derartige Methoden ablehnen, also ohne diese Methode keine Aufdeckung. Gut, das war wahrscheinlich mit Mehrfachnennung, finde es gut, dass die AfD weiterhin zur FPÖ in Österreich steht, waren 21 Prozent, da kann man sich ungefähr vorstellen, wer das gesagt hat. Ja, das waren hier die Fragen. Es gibt, wie gesagt, noch mehr, aber die CDU, die Tagesschau, die machen das tatsächlich sehr geschickt, wie sie hier diese ganzen Befragungen, die sie da machen, die verstecken diese Grafiken auf ihrer Webseite wirklich sehr geschickt in verschiedenen Richtungen. Ja, wir sehen, die Grünen haben sehr, sehr stark von dem, wie Armin Laschet das am Wahlabend so schön formulierte Klimathema profitiert. Ja, also möchtest du schon analysieren? Nein, 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 geh bitte, sag noch, was dir noch aufgefallen ist. Ich hatte vorhin darauf nochmal betont, zweitstärkste Kraft in Deutschland, die Grünen, auch, dass man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, und der Abstand beträgt zur stärksten Kraft in Deutschland, beträgt 2,1 Prozentpunkte. Das ist also relativ knapp, das sieht man gar nicht so, auch an den Balkendiagrammen, wenn da nämlich die CDU und die Grünen so weit auseinander sind. Das sieht größer aus. Man kann auch sagen, die Sitzverteilung ist ja deshalb für die CDU slash CSU weniger dramatisch, weil die CSU ja in Bayern ganz gut performt hat, also aus Sicht der CSU gut performt hat. Da haben sie nämlich, also die CSU hat ja bundesweit über 6 Prozent, obwohl sie, wie wir ja alle wissen, alle haben ja auch versucht, ja hier zu wählen, ging nicht, obwohl sie ja ausschließlich in Bayern antritt, hat sie also 6 Prozent und 6 Mandate, 6 Sitze im Europäischen Parlament sind mit CSU-Leuten besetzt. Das heißt also, ich glaube, aus Luxemburg kommen insgesamt 6 oder 7 Abgeordnete. Da ist also mehr CSU als Luxemburg insgesamt. Das ist allerdings eine Aussage, die eigentlich irrelevant ist. Ja, geht so. Es ist auf jeden Fall schon mal interessant. Das heißt, ich meine, das zeigt, egal was man jetzt über die CSU denkt, aber das muss man halt auch erstmal schaffen. Also das muss man erstmal schaffen, in dieser Größenordnung auch über Jahre und Jahrzehnte gewählt zu werden, dass man, obwohl man eigentlich nur so ein kleines Bundesland ist, das natürlich auch, wie du vollkommen richtig angemerkt hast, zum Beispiel größer ist als Luxemburg, aber dass man trotzdem dann auch auf europäischer Ebene zumindest so wichtig ist, dass man es hinkriegt, noch sechs Abgeordnete ins Europäische Parlament zu entsenden. Größer als Luxemburg ist ja selbst Bremen. Aber ja, das Phänomen sicherlich auch, dass ein Bayer als Kommissionspräsident, als Spitzenkandidat jedenfalls angetreten ist. Diese Frage, ob jetzt nur ein Spitzenkandidat EU-Kommissionspräsident werden kann, hat vielleicht dort auch die Wahlentscheidung mit beeinflusst. Ja, wir haben ja dem Namen nach auch schon Europawahlen gehabt, sodass wir vielleicht auch mal einen Blick in die weiteren Staaten der Europäischen Union werfen. Vielleicht fangen wir mit der iberischen Halbinsel an. Das ist neben Schweden und den Niederlanden, das sind die einzigen Mitgliedstaaten, die rot gefärbt sind. Das heißt, dass dort die Fraktion, die sich S&D nennt, also die heißen progressive Sozialisten und Demokraten oder so etwas, die dort erfolgreich war. Das sind die einzigen Staaten. Wir haben progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Die einzigen roten Staaten. Deshalb also da einiges an Abgeordneten aus Spanien. Spanien immerhin 54 Sitze, die dort hingeschickt werden. Das sind knapp die Hälfte der Sitze, die man Deutschland zugesteht. In Frankreich gab es für die Partei von Herrn Macron ordentlich einen auf die Mütze. Im Vergleich zur letzten Europawahl oder im Vergleich zur letzten Wahl in Frankreich? Im Vergleich zur letzten Wahl. Dort, ich weiß gar nicht, ob die bei der letzten Europawahl schon dabei waren. Nee, da gab es die nämlich noch gar nicht, meiner Meinung nach. Und ich glaube es auch. Dort das sogenannte Rassemblement National, früher Front National, als Jean-Marie Le Pen, der Schengler noch, die das Ruder, den Knüppel führte. Sehr stark. 22 Sitze von insgesamt 74 Sitzen gehen an diese Truppe. Wobei mir in Frankreich tatsächlich nochmal wichtig ist, jetzt hast du Frankreich weggeklickt, aber was mir in Frankreich nochmal wichtig ist, ist zu sagen, die sind knapp stärkste Kraft gewesen vor hier Republique en Marche, diese Partei von Emmanuel Macron. Vor den Liberalen. Das, was die Macrons sind, ja. Ja, so. Das ist mir deswegen wichtig, weil das ist ja so ein etwas, das ist jetzt ein Vorgriff auf die Bewertung. Aber wenn wir uns angeguckt haben, wie die Berichterstattung vor der Europawahl war mit, wir hatten uns ja auch über dieses Interview lustig gemacht, was in der Neuen Züricher Zeitung mit dem Steve Benn geführt wurde und so weiter und so fort. Und es ja Versuch, also was heißt den Versuch gab und es diese Erzählung gab, oh nein, die Populisten, die Rechtspopulisten, die werden jetzt das Europäische Parlament erobern und so, um da Adolf Hitler aus meinen Kampf zu zitieren, nicht meinen Kampf, der Untergang. Wobei Hitler sagt das ja gar nicht, aber da sagen ja dann die Helfershelfer von Hitler, mein Führer, der Angriff Steiner hat nicht stattgefunden. Und das kann man, finde ich, schon an dieser Stelle zu dieser EU-Wahl sagen. Es gibt natürlich Länder, in denen die Rechtspopulisten stärkste Kraft geworden sind, wie in Frankreich. Aber es war jetzt nicht so wie befürchtet, so ein Erdrutschsieg, oh mein Gott, oh mein Gott, das ganze EU-Parlament ist auf einmal nur noch voll mit diesen Rechtspopulisten und dann machen die jetzt alle die EU kaputt. Ja, da kann man, um nicht völlig heiß zu laufen, in der Tat sagen, dass der Anteil, der Sitzanteil dieser Europa, der Nation und der Freiheit, vor allem der Gesamt, dieses gesamten sehr rechtsextremen Spektrums, Slash-Nazis, dieser Gesamtanteil ist nicht nennenswert höher geworden. Ja, genau. Was ein nach einmal durchatmen so etwas leichter über diese, über die Tatsache, dass trotzdem sehr viele Menschen sind, die sich, die diese Richtung wählen, was das einem etwas erleichtert. Weiter auch die Tatsache, dass so ein, so ein russophiler AfD-Mensch wahrscheinlich mit so einem peunischen Peace-Gesicht, PES-Mann nicht so richtig viel, die kommen auch nicht so richtig zusammen. Also noch keine Entwarnung, aber jedenfalls auch kein Grund, Europa in Richtung Neuseeland oder Kanada zu verlassen. Ja, das ist mir nämlich so wichtig. Das ist mir nämlich so wichtig, weil die Frage am Ende des Tages, wenn man jetzt so ein, weiß ich nicht, liberal, links, ökologisch bewegter Mensch ist und sich die Frage stellt, welche Lehren ziehen wir denn jetzt bitte aus der Europawahl, ja, dann ist es in meinen Augen, ist es in meinen Augen schon so, es gibt jetzt, es gibt jetzt keinen Grund, und es gibt jetzt keinen Grund für Alarmismus, ja, sondern es gibt noch, sag ich mal, eine stabile Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten im Europäischen Parlament. Ja, ja. Ich glaube, dass die EU Gutes für uns tut, das hatten wir aber alles auch schon mal, als wir in diesem oder dem anderen Podcast, ich glaube, es war lauer informiert, über dieses ganze Thema Sexify Europe sprachen. Ja, deshalb sehr wichtig, auch nach meiner Einschätzung sehr wichtiger Punkt und zwischendurch auch mal durchaus in den Meinungsteil überwechseln kann, nämlich festzustellen, dass die Welt nicht untergegangen ist und es in erheblichen Teilen durchaus erfreulich ist, das Ergebnis der Europawahl einigermaßen verobjektiviert, also selbst unabhängig von Parteipräferenzen, wenn man mal das rechte Spektrum außer Acht lässt, ist es ein doch sehr, doch sehr erfreuliches Ergebnis, all, alles in allem. Ich meine, was man auch sagen kann, ist, wenn man sich in Deutschland die Ergebnisse der AfD in Brandenburg und auch in Sachsen anschaut, dann kriegen wir noch eine, muss ich mal so zu sagen, dann kriegen wir noch ein interessantes Jahr. Ja, weil dieses Jahr ist sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen Landtagswahl und es steht halt zu befürchten, dass die AfD in beiden Bundesländern stärkste Kraft wird. Und dann wird es insbesondere interessant zu beobachten, mit wem koaliert dann die CDU. In Brandenburg gibt es ja neben der AfD noch eine Gruppierung, vielleicht weißt du da Näheres, die ich so aus dem Augenwinkel gesehen habe, die heißt, glaube ich, unabhängige Wutbürger, die haben auch noch, glaube ich, rund sieben Prozent des Stimmanteils dort erhalten. In Brandenburg, okay, gut. Ja, ja, unabhängige Wutbürger ist noch ein bisschen unbestätigt. Bisschen weiter noch innerhalb von Europas. Ich hatte vorhin keinen Grund, die Europäische Union zu verlassen und nach Kanada auszuwandern. Und das leitet natürlich über zu unseren Freunden im Vereinigten Königreich. Da haben wir das Phänomen, das ist auch wieder so ein Phänomen, dass man bestimmte Sachen vielleicht auch nur schildern muss, faktisch wiedergibt. Und sie bewerten sich selber. Da haben wir das Phänomen, dass an der Europawahl, also für die Abgeordneten, die aus dem Vereinigten Königreich ins Europäische Parlament geschickt werden, haben 31,7 für die gestimmt, für die Brexit-Party, für die, die so schnell wie möglich raus wollen. Das heißt also, würde man eine rationale Wahlentscheidung unterstellen, hätten die also dafür gestimmt, dass sie da hingehen und möglichst schnell zurückkommen. Ja. Ja, also da wird man, kann man glaube ich die Analyse vorwegnehmen, dass das durchaus innenpolitische Motivation hatte, die Wahlentscheidung im Vereinigten Königreich. Also jedenfalls 31,7 für die Brexit-Party, da ist auch Nigel Farage wieder. Der, wir lassen uns doch verragen, der auch damals dann ja, nachdem er das Referendum für sich entschieden hatte, für seine Schnapsidee, dann... Wir sind schon deutlich in der Bewertung. Jedenfalls Nigel Farage, die Brexit-Partei von Nigel Farage, der sich dann sehr schnell aus der Verantwortung entfernt hat und für nichts mehr zur Verfügung stand. Ja, Labour, Labour 14,1 Prozent. Hast du hier, hast du eine Statistik mit Gewinnen und Verlusten, weil, was mich ja interessieren würde ist... Da kommen wir gleich zu, ganz kurz nur noch, Labour und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ungefähr gleich auf, 14,1 Prozent da. Auch nicht so richtig gut, aber immer noch besser als die Konservativen mit 8,7 Prozent. Ja, Theresa May, ja, die, die, es ist schon ziemlicher Wahnsinn, wie der, ähm, wie der Corbyn diesen Land gewinnen, den er da bei diesen Snap-Elections, äh, die vor... Also, Theresa May ist ja, äh, Premierministerin geworden und dann gab's, dann hat sie Wahlen ausgerufen und bei diesen Wahlen hat sie ja dann die konservative Mehrheit verloren und musste dann mit dieser, äh, ganz komischen rechten Partei, die irgendwie so zwei, drei Sitze bekommen hat, äh, koalieren, die dann voll den Herrmann gemacht haben, als es um diese Backstop-Regelung ging beim Brexit. So, Theresa May, stimmt, auch noch ein Thema der letzten, was in den letzten Wochen passiert ist, was auch vollkommen untergegangen ist, Theresa May hat ja ihren Rücktritt vom Amt der Premierministerin verkündet, Klammer zu, äh, und in dieser Wahl hat ja Labour unglaublich gut abgeschnitten, das war eines der besten Ergebnisse von Labour, äh, überhaupt. Und wenn die bei irgendeiner der anderen Wahl davor ein solches Ergebnis gehabt hätten, hätte Labour dann den Premierminister irgendwie gestellt. Und dass es dann Corbyn jetzt geschafft hat, ähm, das alles zu verspielen und die wieder bei 14 Prozent sind, das ist schon ziemlich erwartet. Ja, das Rezept, wie man das so versemmelt ist, dass man einfach für gar nichts steht, glaube ich. Also ein altes, ein altes, sozialdemokratisches, ähm, Mieterfolgsrezept. Das nur von Vorsitzendem zu Vorsitzendem weitergegeben wird. Ja, ähm, Italien, ähm, als weiterer rechter, rechter, stark rechtswählendes, wählender Mitgliedstaat, jetzt haben wir es auch ausgesprochen, Lega, 34 Prozent, demokratische Partei, das ist so eine, der, die italienische Variante der Sozialdemokraten, immerhin zweitstärkste Partei. Da gibt es eine Partei, da müsste man sich mal mit auseinandersetzen, Brüder Italien, 6,5 Prozent. Ja, und so läuft das weiter. In Rumänien vielleicht, das ist ja das Land, in dem die Sozialdemokraten auf, oder die Sozialisten auf andere Weise von sich reden machen, als in sonst anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da haben die wohl Stimmenverluste hinnehmen müssen und die national-liberale Partei, dargestellt mit einem schwarzen Balken hier in dieser Grafik, hat das Rennen gemacht. Recht und Gerechtigkeit in Polen mit 45 Prozent, da geht es richtig ab. Ja, so viel vielleicht für den Moment zu Europa. Ja. Also dem Ergebnis in den einzelnen Mitgliedstaaten. Was mich bei dem UK-Ergebnis tatsächlich nochmal interessiert ist, und ich finde es jetzt leider nicht auf die Schnelle, den, ob die, ich muss tatsächlich kurz gucken, wie UKIP bei der letzten Wahl abgeschnitten hat. Weil das würde mich nochmal für die Einordnung der Frage mit dieser Brexit-Party, würde mich das halt total, würde mich das interessieren. Ja, achso, doch, jetzt habe ich es gefunden. UKIP hat bei der letzten EU-Wahl, also die Partei von Nigel Farage, hat bei der letzten EU-Wahl schon 27,5 Prozent gekriegt. Das soll das natürlich jetzt irgendwie nicht irgendwie schöner machen oder relativieren oder irgendwie so. Ich will damit sagen, damit sieht dann das Ergebnis dieser Brexit-Party nochmal, steht nochmal in einem ganz, ganz anderen Licht. Weil es ja ein Unterschied ist, ob Nigel Farage eine neue Partei macht und aus dem Stand 30 Prozent holt, oder ob er einfach, ja, eben eine, seine alte Partei eben 25 Prozent verliert und er dann mit einer neuen Partei 30 Prozent bekommt. Das sieht ja dann schon so eher aus, dass die Leute, die UKIP gewählt haben, weil sie Nigel Farage irgendwie so geil fanden, dass die auf einmal jetzt seine neue Brexit-Partei da irgendwie. Ja, ja, also ich würde mir auch nicht keineswegs zutrauen, ich traue mir vieles zu, manchmal vielleicht auch sagen, naja, ich würde mir auch keineswegs zutrauen, das EU-Wahlergebnis in Großbritannien ohne weiteres zu erläutern, erklären. Vielleicht ganz kurz, was das für die Sitzverteilung im Europäischen Parlament insgesamt bedeutet. Das bedeutet das, was die Demoskopen vorhergesagt hatten, dass jedenfalls die Konservativen und die Sozialdemokraten, EVP und S&D, keine absolute Mehrheit mehr im Europäischen Parlament haben. Das ist eingetreten. Die liegen zusammen bei 329 Sitzen von insgesamt 751 Sitzen. Die eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit hätten konservative Sozialdemokraten und Grüne, also die entsprechenden Fraktionen dort im Europäischen Parlament. Die Liberalen, diese ALDE, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, sehr stark mit 107 Sitzen, mehr als doppelt, nee, Quatsch, falsch gerechnet, aber jedenfalls deutlich stärker als... Also plus 40 Sitze, also das muss man dazu sagen, dass die Liberalen tatsächlich den größten Zugewinn hatten neben den Grünen. Ja, dieses komische Europa der Nation und der Freiheit, die sind offenbar, das leuchtet mir nicht ganz ein, die haben also 58 Sitze, das, was diese Fraktion ist, da weiß man wohl nicht so genau, wer dazugehört. Denen wird allerdings in der Grafik, die ich hier auf Spiegel Online habe, ein Zugewinn von exakt 58 Sitzen. Ja, wahrscheinlich, weil es die vorher noch nicht gab. Ja, weil es die vorher noch nicht gab. Die sind aber dann offen... Naja, wie dem auch sei. Ja, wie dem auch sei, verstehe ich nicht, wollte ich sagen. Und ja, also so gesehen brennt dort nicht wirklich der Baum. Das ist... Da hat sich die Europäische Union, glaube ich, das kann man sagen, das ist ja auch keine so kontroverse Wahlentscheidung, die man da trifft. Es gab ja in der Geschichte des Europäischen Parlaments seit 1974 auch keine Machtwechsel in dem Sinne. Das, was nationale Parlamente ja so kennzeichnet, dass da mal die einen, mal die anderen die Mehrheit haben. Da waren immer schön Konservative und Sozialdemokraten, saßen da zusammen und haben, wenn es gut lief, Sacharbeit gemacht, wenn es schlecht lief, sich irgendwas zugeschachert. Und also einigermaßen vernünftiges Wahlergebnis ist jedenfalls etwas, worauf man aufbauen kann und nicht ganz traurig werden sollte, wenn man nicht Mitglied der CDU ist oder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Ja, sollen wir ein bisschen bewerten? Ja, ich meine, da war ja jetzt schon viel Bewertung drin. Also ich denke, was ich ganz bemerkenswert finde, ist natürlich das Abschneiden der Grünen. Auch die ganzen Debatten darüber. Ich glaube, das können wir, wenn wir über dieses Rezo-Video gleich sprechen werden nochmal, mit der und die, wie sich da im Grunde genommen die CDU im Moment auch aufgrund dieses Videos zerlegt. Das Video wird so ein bisschen zur Self-Fulfilling Prophecy. Aber wir haben das ja seit Anfang des Jahres, insbesondere auch durch die Fridays for Future Demonstrationen, insbesondere dadurch, dass wir im Grunde genommen jede Woche eine neue Hiobsbotschaft vom Zusammenbruch unseres Ökosystems bekommen. Vor kurzem ist jetzt eine Studie erschienen, die gesagt hat, wenn wir so weitermachen in Bezug auf die Weltmeere, dann sind Salzwasserfische bis zum Jahre 2048 ausgestorben. Das muss man sich an der Stelle auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Wir reden hier davon, dass der größte Lebensraum dieses Planetens, denn die Erde ist vor allen Dingen von Wasser bedeckt, dass der größte Lebensraum dieses Planeten dann in nur jetzt 30 Jahren komplett tot sein wird. Und natürlich kann diese Studie das jetzt nicht so hundertprozentig vorhersagen. Und es kann natürlich auch sein, dass es erst im Jahr 2055 ist. Es kann auch sein, dass es dann im Jahr 2060 trotzdem noch im Marianngraben irgendeinen Fisch geben wird, der hoch spezialisiert ist. Der sich von Plastiktüten nennt. Der Marianngraben-Plastiktüten-Fisch. Aber die Richtung ist ja klar. Die Richtung ist klar. Wir vernichten gerade unsere Lebensgrundlage und die Lebensgrundlage des restlichen Lebens auf diesem Planeten. Wir befinden uns an der Schwelle des größten Massensterbens auf diesem Planeten seit 60 Millionen Jahren. Das kann man leider nicht in Saarland angeben, aber es ist sehr viel. Und von diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass einfach die Leute unter 60, die das alles noch erleben werden, zum Großteil, zum Beispiel jetzt in Deutschland, Bündnis 90 die Grünen wählen und sagen, okay, dann wählen wir doch mal wenigstens einmal die Partei, die schon seit 30 Jahren sagt, Leute, so wie wir es mit der Umwelt machen, geht es halt nicht weiter. Ja, und das ist wenig überraschend, auch eine zentrale Erkenntnis und hervorzuheben, nach meiner Auffassung bei diesen Europawahlen, dass die ehemaligen Volksparteien die schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte in Deutschland einfahren, dass der Erfolg der Grünen, vielleicht auch wichtig hervorzuheben, ja kein Zufallstreffer ist. Das ist ja nicht ein One-Hit-Wonder, sondern seit ihrer Gründung ist das ein Thema der Grünen. Die haben nicht eine kurzfristige Konjunktur gehabt, weil irgendwo ein Atomkraftwerk den Leuten um die Ohren geflogen ist, sondern es ist eine konstante, kontinuierliche Entwicklung hin zu Themen, die auch, und das ist klug von den Wählern in Deutschland, die eben auch gerade europäische Themen sind. Die Grünen, das Thema Ökologie ist ein natürlich globales, aber es ist ein europäisches Thema, ein typisches europäisches Thema, weil anders als ein Thema wie der Mindestlohn. Und erstens ist es überhaupt ein Thema und zweitens ein europäisches. Denn das, was da… Stichwort Glyphosat. Zum Beispiel. Wird auf EU-Ebene erlaubt oder verboten, wenn man eine SPD… Ja, und Regelungen über die Binnenmarktregelungen eben auch zum Schadstoffausstoß von Fahrzeugen oder zur Förderung erneuerbarer Energien und Ähnlichem. Das ist EU und da ist dieses Thema gut und richtig aufgehoben. Denn das kriegt man ein größerer Rahmen, in dem man das so effektiv und effizient regeln kann. Einen größeren Rahmen als die EU gibt es nicht aktuell. Zumindest für uns hier in diesem Teil der Erde nicht. Ja, man kann das auf Ebene der Vereinten Nationen regeln. Das wird erstmal noch nichts oder… Ja, das ist das und ja, das krasse Versagen der SPD auf wirklich ganzer Linie… Ja gut, das haben wir ja auch, das haben wir in diesem Podcast ja auch schon an ganz, ganz vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob wir… Ja, aber jetzt wird es doch endgültig. Und ich finde, das nächste Thema vorwegnehmen, die SPD hat sich weitgehend abgeschafft, arbeitet jetzt noch daran, sich gänzlich abzuschaffen. Und nächstes Thema schon mal kurz anteasern, die CDU ist auch noch nicht aufs Rechten. Die CDU hat sich die Sieben-Meilen-Stiefel angezogen und ist da ganz vorne mit dabei. Also richtig… Richtig… Ich hatte das ja auf Twitter so formuliert. Holt richtig auf. Angegräbt Kramp-Karrenbauer spielt im Moment mit sich so ein… Macht mit sich selbst so einen Wettbewerb, wo es darum geht, dass das zukünftige Ich zu ihrem vergangenen Ich immer sagt, hold my beer. Ja, also das ist wirklich schon sehr bemerkenswert. Aber wir nehmen das jetzt gerade vorweg. Ja, also das ist eben diese Entfernung, auch da gibt es ja Parallelen, diese Entfernung von ganzen Wählergruppen und von ganzen Themenblöcken, was eine hohe Schnittmenge hat. Meistens ist nämlich der Themenblock und die Wählergruppe sind identisch. Also sprich, jüngere Menschen, Thema Ökologie, das hat ja eine sehr große Schnittmenge. Aber dann eben auch Entfernung von Wählergruppen und Themenblöcken außerhalb der Ökologie und jenseits von besonders jungen Menschen, nämlich von der erwerbstätigen Bevölkerung, die ausnahmsweise, liebe SPD, nicht im Kohlebergbau tätig ist, sondern die meisten Menschen sind nicht im Kohlebergbau tätig. Von deren Themen und diesen Wählergruppen, die dazugehören, entfernt sich die Sozialdemokratische Partie, 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 Partie. Und ja, die werden auch, wenn diese Rente ohne Bedarfsprüfung, wenn sie die dann gewährt bekommen von der CDU, CSU, auch wenn sie die gewährt bekommen, das holt einfach keinen hinter dem Ofen mehr hervor. Allenfalls die über 60-Jährigen, bei denen man ja sicherlich auch verstehen kann, dass dort das Thema Rente, Sicherheit der Rente, Rentensteigerung und vielleicht für die Erna auch noch ein paar Kröten, die, dass dieses Thema dort wichtiger ist, als das Thema Ökologie, dass für die statistisch gesehen 15 Jahre, die dir dann noch ab einem gewissen Alter bleiben, es dir wichtiger ist, dass da noch ein bisschen Knete reinkommt, als es dir wichtiger ist, dass auch in 50 Jahren es diesem Planeten noch so wird. Ja, der Witz ist, der Witz ist, der Witz. Und das muss man ja kapieren. Der Witz an der Stelle ist ja genau der, auch ich finde sowas wie die Grundrente jetzt gar keine schlechte Idee, weil auch ich hatte eine sehr bewerb, eine bis jetzt sehr bewegte Erwerbsbiografie. Und ich glaube, wenn ich zur Rentenberatung gehen würde, würde mir die Person, die mich dann da berät, auch nur sagen, ja, Herr Lauer, hm, sieht jetzt nicht so gut aus. Der Witz ist aber halt der, dass ich mir denke, okay, ich werde jetzt dieses Jahr 35, das heißt, ich würde irgendwann in 30 Jahren oder so, wäre dieses Thema Rente für mich relevant. Wobei ich eh aus einer Generation stamme, wo die Idee, dass man mit 65 sagt, ich höre jetzt auf, etwas zu tun und mache jetzt was komplett anderes, wenn es das überhaupt jemals gab, ja, eh komplett bescheuert ist, dass du mit 65 sagst, ich fahre jetzt nicht mehr in den Schacht, ja. Ja, das ist glaube ich klar, aber es ist nicht so klar, wenn du halt eben dein ganzes Leben lang nur, ja, denk und sonst was Arbeit gemacht hast. Das heißt, dieses ganze Ding mit in Rente gehen, das ist eh ein etwas strangers Konzept, aber du sagst es vollkommen richtig, mir ist es, selbst wenn mir die SPD garantieren würde, ey Lauer, wenn du uns wählst, kriegst du 5.000 Euro Rente im Monat, wenn du dann 65 bist. Ja, was mache ich mit den 5.000 Euro, wenn ich davon nur noch Soylent Grün kaufen kann, weil alles andere halt eben komplett ausgestorben ist. Also genau das, was du sagst, die Überlebensfähigkeit der menschlichen Rasse, man muss das mal einfach so hart formulieren, spielt halt für viele Wählerinnen und Wähler eine deutlich größere Rolle als irgend so ein komischer, ja, Mindestlohn Rentenspülkes. Völlig richtig, da holt man kein, das sind keine Antworten, also die geben keine Antworten, die stellen nicht die entscheidenden Fragen oder die Fragen, die viele Menschen bewegen und geben keine Antworten. Und die Fragen, die viele Menschen bewegen, sind tatsächlich, wie man das Erwerbsleben, also nach meinen bescheidenen Erfahrungen, wie man das Erwerbsleben gestaltet, wie man vielleicht auch jenseits des Erwerbslebens und jenseits der Produktivitätssteigerung ein erfülltes Leben führen kann, welche Wege die Politik aufzeigt, das Leben der Menschen besser zu machen. Und da gibt es Schritte, die sind gut und richtig. Eine Grundrente ist ja in der Tat per se nichts Verkehrtes und Streit, ob man die jetzt nach einer Bedarfsprüfung macht, Bedürftigkeitsprüfung oder nicht, kann man ja auch führen. Aber das ist ja auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt, die wirklich wichtigen Fragen, die im Sinne von die großen Teile der Bevölkerung bewegenden Fragen sind ja andere. Und wenn man die nicht adressiert, dann kackt man wirklich ab. Und wenn man die ganzen Menschen unter 30 nicht erreicht, dann oder unter 40 oder unter 50 alle nicht erreicht, dann kann man halt mit 15 Prozent sagen, habe aber nochmal Glück gehabt. Und wenn man dann noch, was ja bei uns auch häufiger schon mal angeklungen ist, was ich ein sehr schönes, interessantes Thema finde, wenn man dann sich mal überlegt, dass man doch auch kontinuierlich oder mit Nachdruck darauf hinarbeiten sollte, das Wahlalter herabzusetzen, dann sind die ja komplett weg vom Fenster. Das wäre noch ein weiterer Punkt für mich. Ich glaube, und da bin ich jetzt leider zu schlecht in Statistik. Das wäre jetzt auch nochmal ein Aufruf, ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Aber was ich mal gerne gemacht hätte, wäre die prozentuale Verteilung in den Altersgruppen. Also wenn man jetzt irgendwie, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, weil wie gesagt, Tagesschau hat das so wunderschön versteckt, wie das jetzt in den jeweiligen Altersgruppen war. Aber wenn man diese Ergebnisse nehmen würde und auf die Demografie von, sagen wir mal 1968 oder so legt, ja, also weil da hatte Deutschland eine andere, da sah die Alterspyramide in Deutschland anders aus. Da hattest du, weiß ich nicht, die Babyboomer und so, ja, und die waren einfach eine sehr große Kohorte. Und was ich mich jetzt frage, das prozentuale Wahlergebnis auf die jeweiligen Altersgruppen mit der Demografie von noch meinetwegen 1968 oder irgendwie so, um einfach mal zu sehen, wie hart das reinschlägt, ja, dass wir eine vollkommen überalterte Gesellschaft sind. Weil die Grünen, wenn sie in jeder Alterskohorte quasi die stärkste Kraft geworden ist bis zu den 60-Jährigen, zeigt ja einfach, dass die über 60-Jährigen ein so, also eine so krasse Rolle spielen bei der Wahl. Hatten wir ja hier auch schon gesagt, bei der letzten Bundestagswahl hatten die 18- bis 30-Jährigen genauso viele Stimmen wie die über 70-Jährigen, ja. Und das zeigt ja auch einfach, dass unsere Demokratie da, wie ich finde, auf ein Problem zusteuert. Weil, ja, ganz ehrlich, wie du das formulierst, die 70-Jährigen, die 60-Jährigen, die werden, was die Ausrichtung der Politik angeht, nicht mehr dieselben Prioritäten haben, wie jemand, der 18 ist und sagt, okay, mir ist es wichtig, dass es diesen Planeten im Jahre 2100 auch noch in Bewohnbar gibt. Was ja, also genau in dieselbe Richtung, was ja in erheblichem Maße auch gut und richtig ist. Also, dass die Interessen mit einem gewissen Proporz berücksichtigt werden. Also, dass man jetzt nicht sagt, 70-Jähriger muss jetzt leider, wir können, du kannst jetzt auch kein Haus mit, du darfst nicht mehr heizen, wir müssen jetzt wirklich alles aufs Klima setzen. Es ist ja völlig richtig, dass da auch eine Repräsentation stattfindet. Ja. Der Gedanke geht noch einen Schritt weiter. Okay, gut. Jetzt bin ich schon gespannt. Geht sogar noch einen Schritt weiter. Seniorenbeauftragter von Lauer und Wehner, Doktor Ulrich Wehner. Ja, ich bin ja auch näher an der Rente. Und das aber, jetzt hast du und ich, Lauer und Wehner haben mich durcheinander gebracht, aber, dass das möglicherweise aufsetzend, dass die über 70-Jährigen so viel Prozent der Bevölkerung ausmachen wie die 13- bis 18-Jährigen. Nein, die 18- bis 30-Jährigen. 18- bis 30-Jährigen. Dass da möglicherweise korrigiert werden muss. Und welche Korrektur bietet sich an? Man macht nicht ein Drei-Klassen-Wahlrecht. Das ist mit der Allgemeinheit der Wahl sehr, mit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl sehr schwer zu vereinbaren, dass man unterschiedlichen Altersgruppen vielleicht ein unterschiedliches Stimmgewicht gibt. Das geht nicht. Das ist auch nicht schön. Deshalb sollen ruhig die über 60-Jährigen weiterhin für eine Grundrente stimmen und die Grünen nicht wählen, weil ihnen das sowieso egal ist in 30 Jahren. Aber, dass man diese Verschiebung auch aus demokratischen Gründen, um eben die Allgemeinheit der Wahl zu gewährleisten, dass man aus diesen Gründen das Wahlalter zwingend nach unten herabsetzen muss, um eine ordentliche Repräsentation der Bevölkerung zu gewährleisten. Naja, die ordentlichste Repräsentation in meinen Augen bekämpfst du ja noch dann. Und das ist natürlich ein Vorschlag für eine Änderung des Wahlrechts, die wahrscheinlich nicht so mehrheitsfähig ist. Aber was natürlich auch ginge, wäre, und da gibt es auch andere Leute, die schon mal sowas vorgedacht haben, aber was natürlich auch ginge, wäre, dass du sagst, wir nehmen für Wahlen quasi nur noch eine Stichprobe aus der Bevölkerung. Also, weiß ich nicht, die in, was heißt, weiß ich nicht, in Irland zum Beispiel war das ja so, da hat man eine Kommission aus zufällig bestimmten Bürgerinnen und Bürgern, die einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen sollten, genommen. Und die sollten dann einen Bericht darüber machen, ob es jetzt eine Ehe für alle geben soll oder nicht. So, kam dann zu dem Ergebnis, Ehe für alle, bitteschön. Und dann hat das das Parlament so gemacht. Genauso könnte man natürlich sagen, okay, wir bestimmen jetzt zufällig eine große Gruppe aus der Bevölkerung, die noch immer groß genug ist, damit jetzt niemand irgendwie, also es dürfen nicht zehn Leute sein oder so, ja, die muss noch groß genug sein, dass keine Partei jetzt in der Lage ist, die irgendwie zu bestechen oder irgendwie sowas, zu kaufen. So, und dann hast du da meinetwegen 10.000 Leute oder so. Ja, und dann packst du die, weiß ich nicht, einen Monat, werden die irgendwo hingepackt. Dann können die, jede Partei kann dann da den 10.000 Leuten erklären, was sie machen möchte oder so, ja, im Parlament. Und dann bilden die sich eine Meinung und dann wählen die. Und die kannst du natürlich nach Kriterien aussuchen, die anders sind als, ja, 70-Jährige und über 60-Jährige, die mit ihrer schieren Anzahl die Wahl dann dominieren. Aber das ist, wie gesagt, etwas sehr Esoterisches, nicht Esoterisch, aber es ist etwas sehr Ungewohntes und etwas, was sehr von unserem jetzigen System, aber ich will aber darauf hinaus, man kann das, also demokratietheoretisch und so, kann man das schon so durchdefinieren, dass man sagt, wenn die Auswahl dieser Menschen ordentlich stattfindet, ja, dann findet da auch eine demokratisch legitime Repräsentation am Ende statt. Aber es ist wirklich sehr ungewohnt. Ja, aber auch bei dem Modell, das du anführst, wäre ja die Frage, bis zu welchem Alter, oder ab welchem Alter kann man denn Teil dieser Gruppe sein, dieser repräsentativen Gruppe? Ja gut, da ist ja als Hörer... Aber das ist ja eine isolierte Frage, die ist ja unabhängig davon. Die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen ja, dass wir beide da eine sehr liberale Position zu haben. Und ich bin halt der Meinung, dass natürlich auch, vor allen Dingen, dass natürlich auch junge Leute da genauso repräsentiert sein sollten. Also unter 18-jährige Leute. Ja, 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 ich kann mir eigentlich gar nicht... Also wir wissen, nachdem ja auch vor wenigen Monaten das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass dauerhaft Betreute und in gerichtlich psychiatrisch Untergebrachte nicht ausgeschlossen werden dürfen. Es gibt Entscheidungen, Anfeindungen als Gerichte das Kommunalwahlrecht für unter 18-Jährige, also ab 16-Jährige gehalten haben. Da ist relativ klar die aktuelle Linie der Gerichte und auch der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung. Die sagt also, wir brauchen gleiche Wahlen, das heißt, jeder muss eine Stimme haben, eine Allgemeinheit der Wahl. Jeder muss die gleiche Stimme haben, Allgemeinheit der Wahl. Und dann wird es nämlich schwammig, beziehungsweise nicht schwammig, sondern dann kommt ein Aspekt, der nicht über jeden Zweifel aktuell erhaben ist. Dass sie nämlich sagen, also man muss, um an Wahlen teilzunehmen, eine bestimmte Kommunikationsfähigkeit haben. Und diese Kommunikationsfähigkeit, das ist der Schritt eins, also Kommunikationsfähigkeit, um an der öffentlichen Willensbildung teilzunehmen, ist die Voraussetzung. Deshalb spricht man das also per se bestimmten Alterskohorten ab und zieht den Strich bei 18. Und ich halte, also die Schwierigkeit, diese Rechtsprechung zu kippen, liegt letztlich in dem praktischen Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht, das dafür zuständig ist am Ende des Tages oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Zusammensetzung dort ja im Wesentlichen aus über 40, 50 und 60-Jährigen besteht. Das heißt, das ist schwierig, aber rechtlich ist es ganz schwer vorstellbar, dass das gehalten wird, dass man erst mit 18 an bundesweiten Wahlen teilnehmen darf. Insbesondere, wenn das Verfassungsgericht dann ja gleichzeitig sagt, dass Leute, die sich in psychiatrischer Behandlung befinden oder die betreut werden, wählen dürfen. Das hatten wir ja schon mal in diesem Podcast an anderer Stelle, dass da einfach mal junge Leute versuchen sollten, gegen zu klagen vor Verfassungsgerichten und sich da ihr Wahlrecht einfach erkämpfen sollten. Wenn man Pech hat, wählt man das erste Mal, hat man das erste Mal mit 23 und 364, je nachdem, wenn Schaltjahr ist, 65 Tagen. Das ist immer Schaltjahr zwischen jeder regulären Wahl. Ja, wenn man Pech hat jedenfalls, nee, ist nicht immer Schaltjahr, aber ist auch nicht der Gedanke, der wirklich weiterführt. Das Problem ist, wenn man Pech hat, hat man Pech. Aber wenn man Pech hat, wählt man das erste Mal mit 24 und das sind dann mit 23. Nein, mit 23. Nein, mit 22. Boah, also Mathe-Olympiade gewinnen wir, Schätzchen, nicht mehr. Ja, das Abitur war zu schwer, zu leicht. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, dabei, wie wir so intuitiv einen Übergang hinbekommen zum nächsten Thema. Wir sind, wir sind, wir sind, ja. Also junge Leute sollten mehr Einfluss bekommen. Sie haben sich mehr Einfluss genommen, indem sie mehrheitlich die Grünen gewählt haben in der Bundesrepublik Deutschland. Junge Leute arbeiten mit anderen Mitteln der politischen Kommunikation und junge Leute stoßen auf Widerstand bei den, ich hätte jetzt fast gesagt, die Altparteien. Da sieht man mal, wie solche bekloppten Begriffe reingeraten. Jedenfalls, sie stoßen auf Widerspruch. Man kann auch etablierte Parteien sagen. Widerstand bei den konventionellen Parteien oder wie man sie auch nennt. Bei den ehemaligen Volksparteien. Ihr merkt, wir sind beim Thema. Rezo. Oder Rezo. Anagate. Anagate. Das Problem ist tatsächlich, das ist, das sage ich jetzt ganz offen, wir haben zwar unser in Stein gemeißeltes Credo, ja, die Tafeln vom Prenzlauer Berg heruntergetragen, ja. Unser in Stein gemeißeltes Credo, erst die Fakten, dann die. Heute mal umgekehrt, oder? Und dann die Meinung, nein, heute nicht umgekehrt, aber es wird mir, das sage ich jetzt schon mal von vornherein, weil ich da auch so ein bisschen Piratenpartei-PTBS bekommen habe. Ich mache mal einen Vorgriff. Als die Piraten 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen sind, da wurde uns ja mit extrem viel Paternalismus begegnet. Da wurden wir lächerlich gemacht, zum Beispiel mit unseren Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, mit unseren Forderungen nach zum Beispiel in Berlin hier einem fahrscheinlosen ÖPNV, aber auch mit unseren Forderungen zum Beispiel den Konsum und aber auch den Verkauf von Drogen zu entkriminalisieren. Und Drogen auch zu legalisieren oder da zumindest ein bisschen staatliche Kontrolle in diesen Drogenmarkt reinzubringen und so. Und dann ist vor der Europawahl etwas sehr Ähnliches passiert, weswegen ich in diese gesamte Sache auch sehr emotional involviert bin, weil es mich doch sehr daran erinnert hat, wie das halt mit den Piraten war. Und das ist jetzt schon mal ein Vorweggriff auf die Analyse. Ich natürlich auch gemerkt habe, dass sich in den vergangenen zehn Jahren nicht besonders viel geändert hat im Umgang der ehemaligen Volksparteien mit, sage ich mal, neuen politischen Bewegungen, neuen Kommunikationsformen und so weiter und so fort. Ja, mir fällt gerade noch so eine Art Sondermeldung, mir fällt auch gerade ein, deshalb heißt ja diese Fraktion auch EVP. Das sind die ehemaligen Volksparteien. Jetzt haben wir leider nicht diese schönen Einspieler, aber hier hätten wir... Diese Einspieler von einer saarländischen Karnevalssitzung. Von einer saarländischen Karnevalssitzung. Nein, was ist denn passiert? Ja, also es gibt einen YouTuber, der mir vorher auch nicht bekannt war, der heißt Rezo oder Rezo Music. Das zeigt auch, dass wir uns in einem Alter befinden, wo man das also nicht mehr richtig konsumiert. Und Rezo Music hat ein Video gemacht. Dieses Video geht fast eine ganze Stunde, was für YouTuber, glaube ich, sehr beachtlich ist, weil normalerweise machen die das, machen die so 10, 15 Minuten oder so. Also der Rezo hat ein Video gemacht, das nennt sich Zerstörung der CDU. Und Rezo macht normalerweise keine Videos über Politik. Und an dieser Stelle hat er sich dazu entschieden, Politik über Politik zu Video N. Dieses Video hat mittlerweile 13.706.490 Aufrufe. Also eine Zuschauerzahl, die man sonst nur von unserem Podcast kennt. Nein, Spaß beiseite. Die wir auch hätten, wenn wir mit Bild arbeiten würden. Die wir gerne hätten und wo ich zumindest, das sage ich ganz offen, natürlich neidisch bin vor Ehrfurcht, dass dieser junge Mann, der glaube ich so 25, 26 Jahre alt ist, es also schafft, mit einem solchen Video so viele Menschen zu erreichen. Worum geht es in diesem Video? Ja, dieser Rezo hat sich eigentlich und auch uneigentlich einfach nur mal angeguckt, was die CDU, aber auch die SPD im Parlament so machen, insbesondere auf, im Zusammenhang mit Klimawandel, Ökologie, ja. Und wie das so ist und wie das, was das so bedeutet für die junge Generation im Grunde genommen, die Politik dieser Partei. Und hat das auch alles ordentlich mit Quellen belegt. Der Präsident der Technischen Universität hat gemeint, das Video sei besser belegt als so manche Politikerrede und so, ja. Es sind tatsächlich, fand ich sehr beeindruckend, der hatte das getwittert, 13 Seiten, 13 DIN A4 Seiten links in einem Google Doc Dokument, ja. Darunter finden sich auch viele Links auf Artikel von Zeit.de oder Spiegel Online oder so, ja. Das ist also jetzt nicht, dass der auf irgendwelchen komischen, esoterischen Weltverschwörungstheorie-Webseiten war oder so, ja. Sondern der hat da mit seinem Team zusammen also einfach mal recherchiert und legt also da, wie sieht das aus mit dem Klimawandel, was steht uns da bevor und was passiert dann. So, darum geht es in diesem Video. Hast du da noch was zu ergänzen? Also er hat ein breites Themenspektrum, das er abdeckt. Ja. Rezzo befasst sich mit Themen wie Klimawandel ebenso wie mit Themen zum Beispiel Auslandseinsätze der Bundeswehr. Analysiert da die völkerrechtliche Regelungen, die völkerrechtlichen Grundlagen in Deutschland. Und er machte einen Rundumschlag über zu Themen, zu aktuellen Themen der Politik. Und dabei kommt die CDU extrem schlecht weg. Also die kritisierte, das kann man ohne schon wertend zu sein sagen, stellt er als sehr schlecht dar. Und seine Bewertung der SPD ist, also wirklich viel besser sind die auch nicht. Und der AfD steht da auch nicht nahe. Hat, glaube ich, Beatrix von Storch auch kurz erwähnt. Und haut also ordentlich drauf. Es ist bislang so, dass ihm so öfter mal Ungenauigkeiten vorgeworfen werden. Es ist so, dass es sehr viele Leute angegeben haben, sie hätten einen Faktencheck vorgenommen. Es ist nicht so, soweit ich weiß bislang, dass ihm das Rezzo sachliche, schwerere sachliche Fehler nachgewiesen worden wären. Er äußert seine Meinung, da kann man ja richtig oder falsch nicht als Kriterium anwenden. Aber seine Argumentation ist nicht geprägt von schweren sachlichen Fehlern. So jedenfalls die allgemeine Situation derzeit. Es ist also nicht so, dass er schwerste Außenseiterthesen da vertritt und irgendwelches Faktenmaterial verdreht. Und entweder sagt, also alle Wissenschaftler sagen, die Erde geht morgen unter. Oder so wie es die AfD tut, alle Wissenschaftler sagen, die Erde geht nie unter. Also weiter so. Also jedenfalls, das ist vielleicht wichtig, bei dem Tatsachenbericht festzuhalten. Sachliche Fehler schwerer Art sind ihm bislang nicht nachgewiesen. Ja, und das finde ich auch, und das fand ich auch, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Bewertung, aber auch natürlich nochmal die Darstellung, was passiert ist. Rezzo hat also dieses Video gemacht. Dann lief das ein paar Tage unter dem Radar. Es gab einige Leute, die mich auf Twitter darum gebeten haben, hier kannst du das nicht auch mal irgendwie retweeten, um dem Video noch ein bisschen Reichweite zu geben und so. Das heißt, ich bin da relativ früh drauf aufmerksam geworden. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe es mir dann auch nicht angeschaut, weil ich mir gedacht habe, so ey, also ich habe jetzt gerade keine Zeit, mir ein einstündiges YouTube-Video anzugucken. Und wenn, also ich persönlich muss nicht nochmal davon überzeugt werden, dass die CDU eine Partei ist, die nicht gewählt werden sollte. das, wie nennt man das so, im Englischen heißt das dann so, you are preaching to the choir. Im Deutschen ist das, du predigst zu dem Bekehrten oder so. Ja, offene Türen einrennen, weil die Eltern unter uns. Genau, die Tür ist so offen wie ein doppeltüriges Scheunentor. Das ist Wahnsinn. Das trifft sogar Mario Gomez. Das fand ich also ganz interessant. Er ist da wirklich sehr, er benutzt da viele Quellen. Natürlich benutzt er Jugendsprache. Natürlich macht er es da mit so einem gewissen Slang. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass er das halt alles macht, obwohl er anscheinend ein ganz großes Problem mit Stottern hat, nach eigener Aussage. Vor dem Hintergrund finde ich es halt irgendwie noch geiler, dass er da auf YouTube eine Plattform hat, wo er da ein Millionenpublikum erreicht, obwohl er da ein Handicap hat. Finde ich ziemlich beeindruckend. Und ja, dann wurde ihm also direkt unterstellt, ja, das könnte man ja so nicht machen und so. Und ich fand die Reaktion vieler Journalistinnen und Journalisten darauf sehr befremdlich. Ja, sollen wir noch ein bisschen referieren? Ach so, ja, nein, weil das, also, ich kann das an der Stelle auch abkürzen. Ja, es hieß von Seiten von Journalistinnen und Journalisten, ja, das würde ja alles so nicht stimmen, aber ohne konkret einen Faktencheck da zu liefern. Das war das, was mich wirklich gewundert hat, dass es zwar einerseits immer heißt, ja, das kann man ja so nicht machen und das sei ja alles nur die Meinung von diesem Rätsel und so, aber gleichzeitig genau das eben nicht passiert ist, was du auch schon gesagt hast, dass es in irgendeiner Form ein Video gab, die Zerstörung von Rätsel oder irgendwie so. Ja, und wenn man noch den Sachbericht fortsetzt, es gab, das Video wurde immer mehr gesehen und irgendwann wurde es so oft gesehen, dass auch in der CDU-Zentrale man davon Kenntnis nahm oder innerhalb der Partei der christlichen Demokraten und dann war, das ist jetzt auch Faktum, das ist keine Meinung, so aufgescheuchte Hühner zeigten sich dann, also Hühner im Sinne von Menschen. Hühner im Sinne von Menschen, ich denke, das ist... Also jedenfalls, es ging dann, also irgendwie, es brach so eine, ich versuche mal einen wertfreien Begriff, jedenfalls die christlich-demokratische Union fragte sich sehr viele, können, sollen, müssen, dürfen, werden wir darauf reagieren? Ja. Angeblich gab es, gibt es ein Video oder Philipp Amthor hat ein Video gedreht, drehen lassen, dann war aber die Entscheidung, nein, wir reagieren doch nicht. Ja, und zwar, aber die, das war sehr, das muss man an der Stelle so sagen, das sagt dann aber auch viel über diese Parteien aus. Also ich persönlich in dem Moment, in dem ich gehört habe, Philipp Amthor machte so ein Reaktionsvideo, habe natürlich schon mal direkt die richtigen Fragen gestellt, nämlich, wieder Markenkern unseres Podcastes, die Bescheidenheit, nein, aber was ich halt tatsächlich sehr interessant finde ist, und das weiß ich natürlich aus der Praxis als Abgeordneter, es gibt ja die strikte Trennung zwischen Partei und Mandatsträgern und insbesondere auch die strikte Trennung finanzieller Art. Und ich mich natürlich schon gefragt habe, okay, wenn Philipp Amthor mit seinen Bundestagsressourcen jetzt ein YouTube-Video macht, wo er auf dieses CDU-Ding da eingeht, da kann man natürlich schon auch mal die Frage stellen, okay, wie werden jetzt hier Mittel, die dem Abgeordneten für seine parlamentarische Arbeit zur Verfügung gestellt werden, benutzt, um im Wahlkampf ein Wahlkampf-Video zu machen. So, das ist aber natürlich nur so ein Nischen- und Randthema gewesen, was Journalistinnen und Journalisten natürlich wieder nicht interessiert hat. Aber das Schöne an dieser Geschichte, warum Philipp Amthor dieses Video, was da anscheinend produziert wurde, dann doch nicht veröffentlichen durfte, war, dass der Generalsekretär Paul Ziemiak die Reißleine gezogen hat, weil er der Meinung war, das sähe ja nicht gut für ihn aus, wenn nur ein einfacher Abgeordneter der CDU darauf reagieren würde und nicht er als Generalsekretär. Und stattdessen hat man sich dann für die wirklich brillante Takt, ich habe brillant, Entschuldigung, das muss man einfach so sagen, für die doch sehr brillante Taktik entschieden, ein elfseitiges PDF ins Internet zu stellen, in dem dann sinngemäß drinsteht, es ist alles gar nicht so schlimm. Genau. Also die Reaktion sah so aus, dass die CDU mit einem Video zunächst sich überlegte zu antworten, konkrete Maßnahmen von Philipp Amthor ergriffen worden waren, nämlich ein solches Video zu produzieren, mit wessen Knete auch immer, dann wurde man, hat man so, ja, mit einem entschiedenen Jein geantwortet und letztlich hat man sich dann, hat man dann entschieden, wer nicht drauf antwortet und die Antwort in, wie du auch schon gesagt hast, in einem elfseitigen PDF, also PDF ist ja wahrscheinlich das Format, das kommt ja also irgendwie auch so in der Handhabbarkeit knapp hinter YouTube, also, es ist fast dasselbe, es ist eigentlich, es gibt kaum einen, vielleicht sogar das neue YouTube, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, aus der Spur und Paul Ziemiak, ach so, in der Chronologie, wir sind noch vor der Europawahl, Antwort gibt es nicht, bis auf Paul Ziemiaks sogenannte Antwort, und? Er hätte aber auch irgendwie das Parteiprogramm nochmal irgendwie in einer anderen Farbe ins Netz stellen können, so, und? Ja, und dann, was ich besonders, also, ich fand es tatsächlich geschmacklos, dieser Rätsel hatte davor schon in einem Interview gesagt, ich muss das nochmal raussuchen, aber es war jetzt nicht irgendwo versteckt im Internet, er hat es zwei Tage vorher, das war an dem Donnerstag, glaube ich, oder nee, an dem Freitag, als feststand das Amthor-Video nicht, zu dem Amthor-Video muss man vielleicht auch noch sagen, das war natürlich für die CDU besonders ungünstig, weil sie es erst am Donnerstag angekündigt hatten, auf Nachfrage, ja, der Herr Amthor arbeitet da an einer Antwort, und es dann Freitag hieß, nein, es kommt nichts, auch wieder was gelernt, also, besser nichts ankündigen, was dann nicht kommt, nein, der Zimiak, der Paul Zimiak, der Generalsekretär der CDU, hat Rezo dann öffentlich zu einer, zu einer öffentlichen Diskussion eingeladen, und hat gesagt, er soll doch bitte zu uns kommen, und in einer öffentlichen Diskussion, das Video sei ja jetzt hier nicht das Format, mit dem man sich da irgendwie antwortet, nein, das persönliche Gespräch, aber das persönliche Gespräch natürlich, das sofort live auch übertragen wird, und so, und erst zwei Tage vorher hat er halt Rezo ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er macht das nicht gerne mit diesen Live-Situationen, weil er wahnsinnige Probleme mit dem Stottern hat, und das muss ich sagen, also entweder ist Paul Zimiak ein sehr perfider Machtpolitiker, oder man muss ihm dann da zu guter oder zu schlechter halten, dass er nicht in der Lage ist, sowas mal vorher zwei Minuten zu recherchieren, aber ein Menschen, der von sich selber sagt, ich nehme nicht gerne an Live-Diskussionen teil, weil ich stottere, zu einer Live-Diskussion einzuladen, das hat eine besondere Qualität, also ich meine, du lädst auch nicht einen Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin zum 100 Meter Staffel-Hürdenlauf ein, Hürden, Hürden ist wichtig, ich denke, da finde auch, ob er nun stottert oder nicht, das macht noch so einen quantitativen Unterschied, ich finde es dann natürlich auch bedenklich, den sozusagen in eine andere Waffengattung zwingen zu wollen, der kann halt besonders gut fechten und dann sagst du, nee, jetzt aber mal mit Pistolen, sprich, also er kommt auf einem Medium, nämlich dem Internet Netz und YouTube kommt er daher, der Rezo, Rezo oder whatever his name is und dann sagt man, jetzt komm aber mal wieder her hier in der konventionellen Nummer, wir setzen uns mal hier im Konrad-Adenauer-Haus, setzen wir uns mal schön zusammen und dann siehst du mal, dann bauen wir da alle auf und im Publikum sitzt auch noch die Frau Bundeskanzler und dann musst du hier mal mit so einem, mit allen Wassern gewaschenen, mit allen Wassern dieser, der unmittelbaren politischen Rhetorik und Kommunikation gewaschenen Menschen musst du dich jetzt mal hinsetzen. Also das ist kein Angebot zum Gespräch. Das ist ein vergiftetes Angebot. Der klassische Medienbruch obendrein, du sagst also, nee, jetzt komm mal raus, jetzt prügeln wir uns und jetzt machen wir dir mal ein Angebot, bei dem wir unser Machtgefälle nämlich ausspielen können, bei dem wir all unsere Power ausspielen können und dann setzen wir in dieses Gespräch, setzen wir einen rein, der gerade faktenmäßig voll durchgepimpt worden ist, und dann sitzt du da mit deiner blauen Locke und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst. Das ist sehr unfair. Wir waren jetzt bei Meinungen. Was auch unfair von diesem Paul Ziemiak war, dass er einfach gesagt hat, Rezo verbreitet Falschbehauptungen. Also ohne jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, hat er dann auch einfach gesagt, so, nee, das ist alles, das ist alles falsch. Ja, da hätte Rezo dann vielleicht mal abmahnen sollen. Nee, aber vor dem Hintergrund finde ich es halt besonders perfide. Also erst jemandem zu unterstellen, er verbreite Falschbehauptungen und ihn dann zwei Tage später zu einer Live-Diskussion einzuladen, wo irgendwie klar ist, gut, aber wir sehen jetzt schon sehr stark. Ja, weil man es nicht packt auf seinem Medium. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück, Vorschlag, zurück zu den Fakten und stellen fest, also die machen Antworten nicht. Die Antworten nicht und es kommt die Europawahl. Und es kommt die Europawahl und kurz vor der Europawahl solidarisieren sich dann 70 andere YouTuberinnen und YouTuber mit Rezo und machen ein Video, in dem sie sagen, bitte wählt bei der Europawahl nicht die CDU und nicht die SPD. Das heißt, beim Fußball würde man sagen, aus Sicht der ehemaligen Volksparteien, beim Fußball würde man sagen, optimale Chancenauswertung. Das lief also brutalst nicht gut. Die SPD hat es in dem Zusammenhang auch nicht hinbekommen, ein Video zu machen. Der Einzige, der sich da zu Wort meldete, war ein Europaabgeordneter, der Timo Wölken, der aber ja auch so ein bisschen in dieser Stockholm-Syndrom-Situation ist, dass zum Beispiel er gegen diese Upload-Filter und so war und er dann leider Mitglied einer Partei ist, die das mitträgt. Das heißt, er hat da natürlich dann auch nicht die Credibility, um die 13 Millionen Leute, die dieses Rezo-Video gesehen haben, dann auch nochmal davon zu überzeugen, dass man jetzt die SPD doch wählen sollte. Zumal Upload-Filter ja auch ein Themenblock bei Rezo Rezo war. Und ja, es kommt die Europawahl, Ergebnis sprachen wir kurz drüber vorhin. Vorhin, wir hatten es kurz angedeutet. Wir fassen das Ergebnis zusammen, verheerend auch für die CDU. Ja, in diesem Zusammenhang war es auch noch besonders lustig, dass dann dem entweder Nico Semsrott oder dem Arne Semsrott, ich müsste das nochmal nachgucken, einer von den beiden Semsrott, dem ist dann aufgefallen, dass die CDU auf ihrer Parteiwebseite in dieser, in so einer Mediathek, die sie da hat, lauter so Einspieler benutzt, die sie von der Tagesschau halt irgendwie hat, was dazu geführt hat, dass er mal bei der Tagesschau gefragt hat, ey Leute, gibt es da irgend so einen Vertrag oder irgendwie sowas, dass ihr diese Sachen benutzen dürft und die so, nee, was dazu geführt hat, dass die CDU dann aus ihrer Mediathek alle Videos mit Tagesschau Inhalten irgendwie löschen musste, weil es da keine, weil es da keine Vereinbarung für die Nutzung irgendwie gab. Das war nicht so gut. Das war Medienkompetenz, kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, Medienkompetenz sieht anders aus, aber es geht nicht nur um reine Medienkompetenz, sondern einfach Dialog, Dialogfähigkeit. Dialogfähigkeit. Da kommen wir aber dann gleich zu. Und die Frage, so, jetzt, soll ich jetzt diesen Einspieler machen? Ich wollte jetzt genau darauf hinaus jedenfalls, wenn wir bislang gesagt haben, es gab eigentlich keine richtige Reaktion auf Rezos Video, außer diesem vergifteten Angebot, wir können ja auch mal hier tausend gegen einen antreten. SPD hat auch ein Gesprächsangebot gemacht. Gesprächsangebot? Da haben erst Kevin Kühnert, der Generalsekretär, dessen Namen ich gerade vergessen habe, wie heißt der denn? Klingbeil, Lars Klingbeil und Timo Wölken, die haben erst irgendwas gespielt und auf Twitch gestreamt und danach haben sie ein Video gemacht, wo sie dann in diesen Gaming-Sesseln sitzen und haben ein Gesprächsangebot gemacht. Wir haben euch gehört. Als ehemaliges SPD-Mitglied kann ich an der Stelle nur sagen, es ist eine Falle. Wenn diese Leute sagen, sie hätten euch gehört und ihr sollt doch mit ihnen sprechen, es wird nichts passieren. Das Gegenteil ist der Fall. Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was ihr wollt, ist deutlich größer. Liegt bei etwa 100%. Eine Reaktion gab es dann nach dieser völlig verquer, nach der, nachdem es richtig einen auf die Mütze gab bei der Europawahl, hat Annegret, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat kommunikativ hat sie darauf reagiert, wie folgt, ich spiele es ab. Lassen Sie mich an der einen Stelle noch etwas sagen. Ich habe mir, als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD. Da habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein. Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen. Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen. Ja, das war die Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer, die darauf, um es mal vorsichtig zu formulieren, jetzt sind wir schon so halb dann, eigentlich muss man da, weil da ist sehr viel Falsches drin, aber trotzdem, es gab natürlich eine, einen großen Aufschrei tatsächlich, also quer durch die Bank bei eigentlich allen, auch bei mir, weil man das tatsächlich nur so verstehen kann, dieses Statement, dass Annegret Kramp-Karrenbauer irgendwelche besonderen Regeln möchte, bezüglich Berichterstattung vor Wahlen. Es gibt da eigentlich keine, also es ist zwar irgendwie komisch formuliert mit dem Meinungsmache, sie benutzt das Wort Meinungsmache auf eine Art und Weise, dass bei mir zumindest beim Hören und Sehen der Eindruck entstanden ist, das scheint für sie ein feststehender Begriff zu sein, der aber leider kein feststehender Begriff ist. Sie dachte wahrscheinlich, das sei ein Rechtsbegriff. Das werden wir auch gleich noch aufklären, dass es kein Rechtsbegriff ist. Auf jeden Fall, Annegret Kramp-Karrenbauer regt sich über Meinungsmache auf, das wird so verstanden, wie man es nur verstehen kann, worauf sie sich dann auf Twitter erklärt. Hast du den Tweet gerade, hast du die Tweets gerade gerade? Kurz zur Vollständigkeit, oder nicht kurz, um zu zeigen, dass es keine, noch keine Meinung ist, zu sagen, dass das als Wunsch nach Einschränkung der Meinungsfreiheit gewertet wird. Das werten nämlich alle so, von Christian Lindner bis zu Georg Pazderski sagen alle, das geht so nicht. Ja gut, aber Georg Pazderski überlege ich jetzt besonders. Das ist kein Beleg dafür, dass es richtig ist, es ist aber ein Beleg dafür, dass es allgemein so gewertet wird. Es gibt keine zwei Meinungen, außer die Meinung von Annegret Kramp-Karrenbauer, die nämlich sagt, auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst, dem Kurznachrichtendienst, Twitter, wörtlich, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie, worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. Hashtag Rezo, Hashtag YouTuber oder YouTuber, wie Frau Kramp-Karrenbauer. Über ihre Aussprache sollte man sich jetzt nicht so lustig machen, finde ich jetzt, aber gut. Ich bin wild entschlossen, gleich persönlich zu werden. Zweiter Tweet, wenn Einfluss, weil das war ja ein Threat, im Gegensatz zu ihrem Generalsekretär ist sie in der Lage, auf Twitter Threats zu machen. Wenn einflussreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist das eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. Dazu, das sage ich jetzt direkt an der Stelle, das ist falsch. Rezo hat nicht zur Zerstörung der CDU aufgerufen. Das Video heißt zwar die Zerstörung der CDU. Er hat aber, das ist, jetzt bin ich nicht Sprachwissenschaftler genug, um zu sagen, was für eine grammatikalische Form das ist. Also eigentlich habe ich das so verstanden, so auch im Sinne von die Selbstzerstörung. Ja, aber gut, das sind jetzt so semantische Feinheiten. Er ruft aber nirgendwo in seinem Video zu Gewalt auf. Das ist eine Metapher. Ja. Also die Zerstörung durch Argumente, nämlich durch kleine Argumente. Genau, so. Das ist jetzt, der hat nicht zur Gewalt, also sie nimmt das jetzt dann wörtlich, keine Ambiguitätstoleranz. Wahrscheinlich bewusster Verkennung, wahrscheinlich vorsätzlicher Verkennung, dass sie das wörtlich, und sagt, er ist der Böse. Genau, so. Und was natürlich nicht einer gewissen Ironie entbehrt, ist, dass sie in dem ersten, nee, in dem ersten Satz ihres Tweets, den du vorgelesen hast, sagst, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen, und dann in dem dritten Satz ihres Tweets sagt, worüber wir aber reden, sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. Jetzt ist es nicht besonders, also ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber wenn die irgendwie dunkle Haare haben und hier leben wollen, müssen schon so sein wie wir. Ich glaube, dass die Wörter Regeln und Regulieren möglicherweise einen ähnlichen Wortstamm haben, will damit sagen, Regeln und Regulierung ist eigentlich schon auch das gleiche, dasselbe Wort. Ja, und dass es etwas anderes ist, als Meinungsfreiheit zu regulieren, Meinungsäußerungen zu regulieren, es ist ja nichts anderes, Meinungsäußerungen unmittelbar vor Wahlen zu regulieren, das ist ja auch die Regulierung von Meinungsäußerungen. Also sie schafft, sie nimmt nicht Bezug auf einen Sonderbereich, in dem irgendetwas anders wäre als sonst, ganz im Gegenteil, gerade vor Wahlen ist eine Regulierung, eine sogenannte Regulierung von Meinungen besonders abzulehnen. So, und dann hat Annegret Kramp-Karrenbauer, weil ihr dieser Tweet dann noch mehr um die Ohren geflogen ist, also es ist, sagen wir mal so, wenn sie einem jetzt sympathisch wäre, müsste sie einem tatsächlich leid tun. Also erst, wir sind jetzt, ich bin jetzt hier ein bisschen in der Bewertung, erst kriegt es der Generalsekretär nicht hin, dieses Video kommunikativ einzufangen und das Einfachste wäre gewesen, einfach vor dieser Wahl ein Video zu machen, wo man gesagt hätte, Rezo, du hast recht, wir haben uns in der Vergangenheit nicht zu sehr darum gekümmert, das werden wir jetzt ändern. Da hätte sich in vier Jahren niemand mehr daran erinnert, aber es wäre eine ganz tolle Möglichkeit gewesen, vor der Wahl noch irgendwie mal schön auf sich Aufmerksamkeit zu machen. Gut, Paul Ziemiak hat es nicht hingekriegt, als verantwortlicher Generalsekretär dieser Partei, diesen kommunikativen Super-GAU in irgendeiner Form aufzulösen. Im Gegenteil, als es schon zur Kernschmelze kam, im Reaktor im Konrad-Adenauer-Haus, hat sich Paul Ziemiak dazu entschieden, noch ein bisschen mehr Plutonium oder Uran, der so in diesen glühenden Haufen, der da schon ist, reinzukippen. Und als dann Annegret Kramp-Karrenbauer anfing, ja, da ging es dann einfach nur darum, es alles noch, noch schlimmer zu machen. Und mit diesem Tweet hat sie dann mit diesen beiden Tweets, hat sie es dann noch, noch mehr verschlimmert. Und dann hat sie ein Papierstatement rausgegeben. In der aktuellen Debatte geht es nicht um Einschränkung der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen. Gerade in kontroversen Zeiten, etwa in einem Wahlkampf, tragen wir alle dafür Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich politische Meinung bildet. Es geht um die Frage, wie sich Kommunikation und auch politische Kultur durch soziale Medien verändern. Das ist eine Frage des Umgangs miteinander. Diese Debatte ist nicht neu, sondern wird bereits breit in Parteien, der wird Wissenschaft, Gesellschaft und Medien geführt und gefordert. Also ein Statement, wo ich jetzt nicht mehr erkennen kann, worum es ihr eigentlich geht. Außer der versucht, das noch irgendwie einzufangen, in der Hoffnung, dass sich die Leute nicht mehr daran erinnern können, was am Montag passiert ist. Ja, also wir gehen jetzt erklärtermaßen in die Bewertung hinein. Achso, soll ich noch das andere Video von Annegret Kramp-Karrenbauer, also die andere Audiodatei abspielen von Annegret Kramp-Karrenbauer, das in dem ganzen Zusammenhang nochmal sehr erhellend ist? Dann wird es nämlich rund. Ja, man muss in Zeiten wie diesen muss man immer sagen, wenn es irgendwo was abzuspielen gibt, abspielen und nicht hinterm Berg halten. Situation, wir befinden uns im Jahre 2012. Gerade war Saarlandwahl. Annegret Kramp-Karrenbauer wurde danach die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Aber es zogen auch die Piraten ein in den Landtag des Saarlandes. Und jetzt ist hier in den Tagesthemen, ich hoffe, ich muss dann den Podcast nicht löschen, weil ich jetzt hier ARD-Content verwende. Das kann der Upload-Filter machen. In den Tagesthemen fragt jetzt Karin Miosga das Folgende. Bei allem Erfolg gibt es doch eine für Sie alarmierende Nachricht. Die jungen Wähler, vor allem die jungen Erstwähler, haben nicht CDU, auch nicht SPD, sondern die Piraten gewählt. Was wollen Sie tun, damit die CDU keine reine Seniorenpartei wird? Also ich glaube, dass die Piraten eine ganz andere und neue Art haben, mit Politik umzugehen. Das sind natürliche Lebenswirklichkeit, das Web 2.0 aufgreifen, ein Thema und eine Wirklichkeit, die die etablierten Parteien bisher noch nicht wirklich erreicht hat. Und deswegen ist das auch ein klares Signal an die CDU insgesamt. Wir müssen uns diesem Thema stellen. Wir müssen mit Web 2.0 umgehen. Ja, das war also Annegret Kramp-Karrenbauer vor sieben Jahren. Und vor dem Hintergrund wirkt ihre ganze Reaktion auf dieses Rezo-Video und die ganze Reaktion der CDU ganz offengesprochen noch bizarrer. Also wenn sie sich vor sieben Jahren da hinstellt und sagt, ja, wir müssen da jetzt im Web 2.0 ankommen, das hat ihr wahrscheinlich dann auch irgendein Referent aufgeschrieben, weil es auch nur so ein Buzzword ist, ja. Aber dass sie da vor sieben Jahren sagt, wir müssen uns da irgendwie mit der Lebensrealität des Internets auseinandersetzen und so und sieben Jahre später dann von ihr kommt, ja, wir brauchen jetzt eine Debatte darüber, wie man sich im Internet miteinander unterhält. Das ist ja geradezu grotesk. Ja, bizarr grotesk scheint es in der Tat. Ich glaube, man kann es aber auch als in sich schlüssig und ja, verständlich werten. Das ist konsistent. Das ist kohärent. Und zwar merkt man da schon den großen Widerstand, den es gibt, diesen inneren Widerstand, sich diesem Thema wirklich zu widmen oder der Thematik neue Formen der Kommunikation, der Thematik überhaupt etwas Neues zu machen, diesem Thema zu widmen. Sie sagt nämlich nicht, ohne dass ich das zu sehr auf die Goldwaage legen möchte, sie sagt nicht, wir möchten mit den jungen Leuten im Dialog stehen und mit denen so kommunizieren, wie die kommunizieren, sondern sie sagt, wir müssen uns dieses Themas annehmen. Das kennen viele Menschen. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich habe irgendeine Notwendigkeit oder eine vermeintliche Notwendigkeit erkannt, sage, das musst du jetzt aber auch mal angehen langsam. Und es können Jahre vergehen, bis ich merke, ich habe es immer noch nicht gemacht, weil ich es nicht machen wollte. Insofern grotesk anmutet ist auf jeden Fall und bizarr, dass man in sieben Jahren nicht mal sein Verhältnis zu Kommunikationsformen neuerer Art als Telefax verändert hat. Es mag so anmuten. Es ist aber Teil einer Haltung, eines Habitus, der in sich geschlossen und schlüssig ist, nämlich die Ablehnung jeglichen Neuer Dinge, die Ablehnung junger Sachen, junger Menschen und die Ablehnung neuer Ideen. Eine, wie ich hier gerade das Stichwort habe, völlige Überforderung auch mit dem Modernen, mit der Gegenwart. Und das ist dieser, das ist typenspezifisch. Das ist aus der Persönlichkeit von Frau Kramp-Karrenbauer heraus. Diese Persönlichkeit darf man haben, aber man muss sie auch sehen, die ist für viele Menschen, unter anderem für mich, nicht gut. Die wird als sehr, von mir als überaus störend empfunden, weil sie so ein, ein, ein hohes Beharrungs, einen hohen Beharrungswillen hat und ein, ein total piefig und ein Ressentiment gegen alles, was jetzt außerhalb von Blies-Ransbach geschieht. Und da sagt sie, und wenn sowas kommt, dann müsste man das sofort regulieren. Der Punkt ist, was mir jetzt noch eingefallen ist, was wir gar nicht in unserer Erörterung hatten, für Annegret Kramp-Karrenbauer hat dann am Mittwoch noch richtig der Busch gebrannt, wie es so schön heißt. Denn bei Blumberg, also einem englischsprachigen Medium, erschien dann ein Text, ja, also Angela Merkel sei gerade sehr unzufrieden mit der Performance von AKK und überlege sich jetzt, ob sie nicht sogar noch mal antreten müsste als Kanzlerin, aber sie würde auf jeden Fall diese, diese Legislaturperiode noch mal ganz zu Ende machen, weil die Hoffnung, die Hoffnung, die sie in AKK gesetzt hätte, die seien ja enttäuscht worden. Und das ist so ein bisschen, ja. Dann hat sie gleichzeitig, gleichzeitig gab es dann die Meldung, nein, Angela Merkel würde vollkommen hinter Annegret Kramp-Karrenbauer stehen und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn, das hatte Nils Mink mal ganz gut kommentiert, also die, dass Merkel das schon dann auch will. Also wenn so eine Nachricht kommt, dann geschieht das im Wissen, dann geschieht das im Wissen, dass sowas kommt. Also das war jetzt für Angela Merkel keine Überraschung. Ja, das ist so ein bisschen, da schließt sich ein wenig der Kreis zu Frau Verena Balzen, die wahrscheinlich auch vom aktuellen Firmenchef gesagt bekommen hat, Che Verena, wenn du nicht anständig kommunizierst, solange das so ist, wird das nichts hier. Und dann hat wahrscheinlich Frau Dr. Merkel, auch der Frau Kramp-Karrenbauer gesagt, da hat sich so lange Besuch ein Mistbaustar, hier Annegret, wird das nichts. Solange bleibe ich hier im Vorstand des Landes. Vielleicht gehen wir nochmal, achso. Ja, ich wollte in der Tat auch nochmal auf einen anderen Aspekt abstellen. Das ist natürlich schon eine presse- und medienrechtliche Frage, wie man mit dem, was man neue Medien nennt, umgeht. Selbstverständlich ist das eine Frage, eine Frage, die in Teilen geklärt ist. Wenn man auf YouTube zum Rassenhass aufruft, ist das genauso eine Straftat, wie wenn man das in der ARD oder bei RTL tut. Ich bin kein Medienrechtler, ich kann aber eine Sache sagen. Es ist, um diese Frage zu beantworten, was wäre eigentlich los in Deutschland, wenn plötzlich 70 Chefredakteure von Tageszeitungen aufrufen würden, eine Partei nicht zu wählen, eine und dieselbe bestimmte Partei nicht zu wählen. Und die Frage beantworten, was wäre da eigentlich los? Die Antwort lautet, gar nichts. Das dürfen die nämlich. Und das darf der Rezo, darf das. Und jeder darf da sagen, was er will. Es gibt Rundfunkstaatsverträge, es gibt den Pressekodex, eine Selbstverpflichtung. Es gibt einen regulatorischen Rahmen. Man fragt sich natürlich, ist der anwendbar auf Lauer und Wehner oder ist der nur auf die Tagesschau? Also wenn man mal so ein Vergleichsprodukt nimmt. Auch auf unser top-journalistisches Produkt anwendbar. So, und also nichts wäre da los. Das ist dumm rumschwadroniert zu alledem noch. Und es kommt aus einer sehr, sehr engstirnigen Haltung, aus einem Habitus, aus einem Weltbild, aus einer Persönlichkeitsstruktur, die auch irgendwie außerhalb des Saarlands nur Latte Macchiato-Schlürfer und Schlürferinnen sieht. Das ist Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich würde an der Stelle nochmal, es gibt da ein paar Aspekte, die mir wirklich sehr wichtig sind. Erstens, du hast vorkommen recht, wenn das so passiert, wie Frau Kramp-Karrenbauer das in ihrem einminütigen Statement sagt, dann ist in Deutschland exakt gar nichts los, weil jeder darf sagen, was er will, solange es nicht irgendwie strafbar ist. Wir hatten in Deutschland mal die Financial Times. Und die Financial Times hat mit der wahrscheinlich Nachkriegstradition in Deutschland gebrochen, dass man keine Wahlempfehlungen abgibt und hat seit 2002 Wahlempfehlungen abgegeben. Mal für die CDU, auch mal für die Grünen. So, so viel dazu. Dann hat die CDU selber bei der letzten Bundestagswahl so eine Webseite ins Leben gerufen mit prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern für Frau Dr. Angela Merkel. Das ist schon, finde ich, an dieser Stelle dann ein bisschen sehr bigott, weil es kann nicht sein, dass Annegret Kramp-Karrenbauer das irgendwie vergessen hat, dass es diese Kampagne gab. Also ich glaube, da war sie schon Generalsekretärin. Und ja, also wie gesagt, wir haben das in Deutschland schon gehabt, dass Zeitungen sowas gemacht haben. Die CDU hat es selber gemacht mit so lustigen Portalen, wo dann zur Wahl der CDU aufgerufen wird, weil sie ja dann die Angela Merkel zur Bundeskanzlerin wählt. Und ich würde noch mal darauf zurückgehen wollen, was wir in diesem Podcast schon mal besprochen hatten. Nämlich, da war die Annika dabei, nämlich die Tendenz der Parteien, ihre, also selber die Kontrolle über die Berichterstattung zu haben. Und da war es gerade Annegret Kramp-Karrenbauer, die sehr negativ mit diesem Statement auffiel, dass sie besonders stolz sei, dass sie die volle Kontrolle darüber hatte, was bei dieser einen Parteidiskussion, das war so eine Diskussionsrunde, so Aufarbeitung des Sommers 2015 oder so. Ja, das war das Werkstattgespräch. Genau. Und da war sie besonders stolz, dass sie, wie sie sagte, Zitat, die volle Kontrolle über die Bilder hatte. Weil da der CDU-Newsroom, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars-Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn der Imperator sagt, and now you will see the... Das ist nämlich genau diese Persönlichkeitsstruktur, die da zum Tragen kommt, dass sie kleinste Abweichungen von dem, was sie kennt, nicht ertragen kann. Anscheinend. Ja, das ist jetzt hier, da brauchen wir dieses Mal gar keine Tiefenpsychologin für. Das ist eindeutig. Das entspringt diesem Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist, dass es keine Abweichungen geben möge und dass alles kontrolliert wird, dass nichts im Ungefähren bleibt, dass keine Überraschungen es geben möge. Das ist das Modell der Annegret Kramp-Karrenbauer. Wenn man nicht aufpasst, wird es zum Modell für die Bundeskanzlerschaft in diesem Land. Und das ist ganz, ganz traurig. Ja, aber es ist tatsächlich... Es ist kulturell auch so traurig. Was ich tatsächlich gefährlich finde, ist halt diese Verwendung des Wortes Meinungsmache da an dieser Stelle. Ja, weil das in meinen Augen nochmal wirklich auch sehr viel, also Sprache formt Denken und die Verwendung von Sprache sagt ja auch oft in meinen Augen viel darüber aus, was bei den Leuten so im Kopf vorgeht. Und wenn du eine abweichende Meinung... Und jetzt muss man echt sagen, die CDU, wenn da Pegida in Dresden den Galgen aufstellt für irgendwelche Politiker, wenn irgendwelcher anderer volksverhetzender Krempel durch den Äther gesendet wird, da ist die CDU anscheinend relativ entspannt. Aber in dem Moment, wo ein 26-Jähriger ein Video macht, wo er Tatsachen zusammenträgt, das ist ja nicht so, dass der Rezo sich da hingestellt hat und gesagt hat, hier guckt mal die Angela Merkel, wie doof sieht die denn aus, wählt nicht CDU. Sondern er hat haarklein aufgelistet, was die CDU politisch macht und warum das seiner Meinung nach... Also im Grunde genommen hat er da in diesem Video auch nichts anderes gemacht, als wir jetzt hier in diesem Podcast machen und was, weiß ich nicht, tausende von Journalistinnen und Journalisten irgendwie jeden Tag machen, die sagen irgendwas, was passiert ist und ordnen es dann irgendwie ein. Und er kommt halt zu dem Schluss, ja, ich finde, das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass man die CDU wählen soll. Ja, ein wichtiger Punkt. Er macht damit auch nichts anderes als zum Beispiel ein Wahlkämpfer irgendeiner anderen Partei, der irgendwie sagt, bitte wählt nicht die CDU. Die CDU macht, weiß ich nicht, bei Braunkohle das und das. Bündnis 90 die Grünen will bei Braunkohle das und das machen. Bitte wählt Bündnis 90 die Grünen. Ganz wichtiger Punkt, finde ich. Es wird gar nicht... Frau Kramp-Karrenbauer denkt gar nicht einen Moment daran, dass es sich hier um eine Form des Meinungsaustausches handeln könnte. Sie switcht sofort auf die Ebene der Diskreditierung und sagt, das ist keine Meinungsäußerung, das ist auch kein Meinungsaustausch, der hier stattfindet, das ist Meinungsmache. Ein Fachbegriff ist Meinungsmache nicht. Meinungsmache ist ein abwertender Begriff, um eine gezielte manipulative Steuerung von Meinungen anstelle des Meinungsaustausches zu bezeichnen. Oder auch zu unterstellen. Unterstellen, ja, richtig. Danke. Und das zeugt von ihrem Weltbild, wo sie sagt, wer nicht unserer Meinung ist, ist ein Meinungsmacher. Ist nicht einer, der einfach nur anderer Meinung ist, mit dem wir uns austauschen. Nein, ist ein Meinungsmacher. Und in diesem Bild, die ursprüngliche Analyse ist, das ist ein Meinungsmacher, der manipuliert, den müssen wir regulieren. Das ist ein faschistoides Denken, möglicherweise. Ich sage damit natürlich nicht, dass es gezielt faschistisch ist oder sonst etwas. Ich wollte sagen, mit dem Wort faschistisch. Aber das ist eine Faschistoid, ist ja schon eine leichte Abschwächung, aber dann nennen wir es mal jedenfalls... Antidemokratisch. Danke, aber sehr autoritär gedacht. Sehr autoritär, sehr borniert. Und der Schlüssel... Also ich finde das sehr erschreckend. Ich glaube nicht, dass die Welt daran untergeht, aber ich finde dieses Denken sehr erschreckend. Die Welt geht wegen anderen Sachen, Usna. Richtig, um nochmal darauf zurückzukommen. Um nochmal darauf hinzuweisen, was die Welt gerade untergeht. Aber ich denke, der ganz wichtige Faktor an der Stelle ist tatsächlich die Diskrepanz dieser Beschuldigung Meinungsmache und der Forderung, man müsste da jetzt mal gucken, was man da für Regeln anwendet. Die Diskrepanz in Bezug auf dieses Video. Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Man kann sich um Hate Speech im Internet kümmern, man kann sich um vieles kümmern, aber nicht, wenn man unter anderem vielleicht noch 1, 2 Prozent oder wie viel auch immer 0,1 Prozent bei einer Wahl verloren hat wegen eines Videoaufrufes. Da kann man nicht sagen, der Schiedsrichter war schuld oder der Ball war so schwer oder sonst was. Wenn man gerade richtig einen auf die Mütze gekriegt hat, wenn 5 zu 0 verliert, dann kann man nicht sagen, das zweite Tor war abseits, wenn es noch nicht mal abseits war. Ja, das ist der Punkt. Ja, that's the point. Jetzt ist die Frage, gibt es doch irgendwas, was wir dazu sagen müssen, außer dass wir ziemlich entsetzt sind? Wie ich gelernt habe, kommt Frau Annegret Kramp-Karrenbauer aus Püttlingen, nichts gegen Püttlingen, aber es schreibt einen Artikel, den ich mit sehr großem Genuss, Leo Fischer, gelesen habe. Der schreibt, dass Frau Kramp-Karrenbauer also außer einem halben Jahr Nachrückerin im Bundestag auch ihre gesamte Karriere im Saarland verbracht hat. Nichts gegen das Saarland. Seit ihrer Geburt lebt sie in Püttlingen, einem 1800-Seelen-Schanfleck, das kann ich nicht beurteilen, nach Auskunft des Handelsblatts sogar in einer verkehrsberuhigten Zone. Das sagt es doch. Ja, das ist, ich denke... Das ist jetzt nicht fair, aber... Aber richtig. Aber es ist halt so. Der, wie gesagt, dieser Blomberg-Artikel, das Merkel irgendwie erwägt, nochmal ranzumüssen, weil Kramp-Karrenbauer nicht liefert, der spricht ja an dieser Stelle Bände. Und ich glaube, es wäre dann jetzt auch fast alles gesagt. Ja, vielleicht, also noch dieser eine Gedanke, dass man kurze Zeit glaubte, mit Kramp-Karrenbauer ein bisschen froh war, dass nicht der abgehalftete Friedrich Merz oder der vor Ehrgeiz sich selbst manchmal zerreißende Jens Spahn da war. Aber man merkt, Annegret Kramp-Karrenbauer war doch nicht das kleinere Übel. Das ist ein Übel einfach. Ja, aber ich glaube, so ähnlich hatten wir es ja hier in diesem Podcast auch formuliert, dass man sich jetzt nicht täuschen sollte, dass die Kramp-Karrenbauer da jetzt irgendwie... Ja, man sieht an der Stelle und nochmal die Merkel-Reaktion vielleicht auch, als ich 2012 auf dem Petersburger Dialog war. Und am Ende des Petersburger Dialoges gab es zumindest immer, bevor die Reaktion, also das Verhältnis zu Russland hat sich ja erst so im Jahr 2013, 2014 so deutlich verschlechtert. Ja, hatte auch was mit der Annexion der Krim zu tun. Angela Merkel sagte dazu, Wladimir Putin, wissen Sie, Herr Putin, wenn ich jedes Mal so beleidigt wäre, wenn ich kritisiert werde, dann könnte ich meine Arbeit nicht machen als Bundeskanzlerin. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle, ich würde mich da jetzt nicht so als den großen Merkel-Versteher bezeichnen, das bin ich mit Sicherheit nicht. Ja, bist du auch unverdächtig. Ich glaube, ein Merkmal von Angela Merkels Kanzlerschaft ist natürlich, dass sie eher erst mal gar nicht reagiert, als vorschnell irgendwas zu machen. Und ja, der Satz, wir müssen uns mal überlegen, was man mit Meinungsmache im Internet tut, der wäre tatsächlich, glaube ich, Angela Merkel nie über die Lippen gegangen, zu keinem Punkt ihrer politischen Karriere. Und wenn man sich angesichts eines, also dieses Rezo-Video, hast du vollkommen richtig gesagt, das wird, also ich glaube nur bei sehr, sehr wenigen Leuten am Ende des Tages noch irgendwie wahlentscheidend gewesen sein. Und dass man sich da so aus der Ruhe bringen lässt, du hast das vorhin mit Vogelhaufen, Hühnerhaufen irgendwie, ich meine, eine Lösung wäre ja auch einfach gewesen, wie ich das vorhin schon mal formuliert habe, einfach zu sagen, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, dann hättest du nach außen hin den Eindruck irgendwie erweckt, ja, wir sind irgendwie eine moderne Partei, die versucht sich da irgendwie drauf einzustellen. Stattdessen macht es sich, wie gesagt, nur noch schlimmer. Der Super-GAU wird mit jedem Tag einfach noch größer. Ja, wir rufen dazu auf, dass sie bitte zuhören möge und die Argumente abwiegen möge, wahrnehmen und abwägen, bevor sie zurückgewiesen werden und gar keinem Fall gleich beleidigt sein. Ich rufe dazu gar nichts auf, weil ich das einfach, also weil ich finde, jemand, der, also Frau Kramp-Karrenbauer hört da glaube ich auch echt einfach die Einschläge nicht, weil das ist ganz so, sie ist halt nicht mehr, sie ist halt nicht mehr irgendwie die Vorsitzende der Saar-CDU, sie ist auch nicht mehr die Ministerpräsidentin des Saarlandes, sondern sie ist jetzt halt, sie trägt jetzt halt irgendwie die Verantwortung, sie hat den Vorsitz einer Partei, die an der Regierung einer G8-Nation beteiligt ist. Ausführungen, die mit eins möchte ich schon jetzt nochmal sagen anfangen, die sind praktisch immer falsch. Praktisch immer falsch. Ja, also. So, wir haben jetzt rekordverdächtige 2 Stunden 43 Minuten gepodcastet, Jesus Christus, es gab auch viel zu diskutieren. Liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, vielen Dank, dass ihr uns eine positive Bewertung auf einem dieser 1000 Internet-Portale gebt, auf dem wir verfügbar sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen, gebt uns Feedback und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei diesem schönen Podcast. Lauer und Wehner. Ja, tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020